hallo zusammen zu einer neuen enjoy your bike podcast folge neben mir denn miesen und ich bin ingo quendler heute eine kleine reisebericht nachlese paris roubaix was habe ich noch tacho e-bikes in holland und schöner test servilo s5 aspero mit verschiedenen reifen den wir heute besprechen wollen den wir gefunden haben beziehungsweise ein kunde uns oder ein hörer uns den link geschickt hat von swissite den wir super interessant finden also es ein bisschen was zu erzählen gibt das ist hier mein highlight des podcast heute da freue ich mich drauf wir teasern noch ein paar sachen an an videos was jetzt kommt in zukunft und also so ein bisschen eine kleine freestyle folge freut euch drauf also wird ich freue mich drauf ich freue mich ganz besonders auf unsere pics auch schon der liegt hier hinten du weißt gar nicht was es ist nur eine kleinigkeit aber freue ich mich schon drauf weil man das ein bisschen zelebrieren kann dann bin ich ja mal gespannt wie ihr spult jetzt vor ihr müsst jetzt erst mal durch die normalen themen durch gut also gemischte sachen heute dann fangen wir mal an mit der kollektiv nachlese also da die messe kollektiv in berlin wir waren vor ort ich hoffe einige von euch haben vielleicht das video gesehen wir haben kleinen vlog gedreht da vor ort mit schönen eindrücken ja ging halt nur darum mal kurz zu den messe rundgang zu zeigen wir wollten gar nicht so detailliert auf jedes produkt eingehen ja aber sind wurde viel geklickt schön ist wie viel positives feedback wir haben einige programme auch jetzt schon im sortiment oder nehmen wir gerade auf die wir da tatsächlich erst entdeckt haben ja und was ich richtig cool fand also erst mal die location war cool und das da viele nennen wir es mal in die brands unterwegs waren also so ein bisschen weg von den großen herstellern ja was ist ich kleine näherein also so die diese diese tasche die wir da uns auch gekauft hat der hat den tag vorher seine firma hat ihn sozusagen gestartet richtig spannend und ja macht spaß also müssen wir jetzt auch gibt haben auch viele gesagt dass glaube ich in düsseldorf auch eine messe war zwei drei wochen vorher die auch cool gewesen sein sollen also müssen wir eigentlich viel öfter hin ja unser zeitplan ist auch immer ganz schön voll und in jedem fall wollte ich auch mal so sagen diese kollektivmesse von der location hat sie mir super gefallen ist es genauso wie du sagst deckt sich mit meiner mit meinem eindrücken aber wir hatten ja auch schon vorher darüber gesprochen wie cool die location und sie hatte eine angenehme größe für so ein tagesbesuch ja also war auch alles auf meinem handy rot dann woche später die corona war nicht das war ganz witzig eigentlich aber es war das muss man natürlich jetzt auch noch mal sagen wie geil das ist das überhaupt eine messe gut besucht war also das war nicht overcrowded aber es war wirklich auch im gegensatz zur eurobike die ja letzte woche letztes jahr stattgefunden hat auch schon wieder wirklich mal wieder ja richtig was los na es war so so ein bisschen das gefühl business is usual obwohl es jetzt mit maske war oder so aber das da hat man sich ja mittlerweile auch daran gewöhnt das fand ich halt richtig geil einfach mal man hatte ja so ein bisschen in der pandemie dieses gefühl ach messen und sonst wie ist man auch ganz froh wenn man nicht hin muss ist ja auch immer stressig und wenn man dann irgendwo noch einen eigenen stand hat und so viel arbeit aber in dem augenblick wo man wieder hingeht ist es wieder geil also wo man sagt man trifft leute man spricht mit leuten und es ist ein ganz anderer vibe als jetzt irgendwie ja irgendwo auf einer webseite zu sehen da ist ein neues produkt gelauncht das das würde ich so bestätigen menschen treffen gerne menschen und wir sind halt menschen und nicht roboter vor einer vor einer videokamera das kann man für gewisse sachen natürlich businessmäßig perfekt machen und muss dann nicht durch die weltgeschichte reisen geschweige denn fliegen aber es ist trotzdem auch so wir sind human beings wir treffen halt auch gerne menschen das gilt für unsere spezies also wirklich wirklich cool also muss man sagen was ist uns denn am ehesten im kopf geblieben jetzt die tasche tatsächlich war es weil ich einfach es gar nicht ein geschäftsmodell aber diese ich würde schon sagen hingabe liebe zum detail schön gefertigt handgefertigt kostet zwar ein euro und wir können sie gar nicht im retail mäßig jetzt hier vermarkten aber das muss auch nicht immer sein dass wir alles vermarkten und zu geld machen ich fand das fand ich am am charmantesten das gespräch ich habe den aber mal angeschrieben ob er nicht uns ein paar liefern kann natürlich ist ja auch in ordnung aber unabhängig davon weiß man nicht ob das dann unabhängig davon gefällt es mir halt auch wie gesagt es war ein angenehmes wie ich schon sagte angenehme sache menschen zu treffen angenehmes gespräch man man teilt die gleiche leidenschaft die qualität passt die handarbeit passt und dann ist es alles außer dass es kein geschäftsmodell ist das ist aber dann auch nur ein prozent wert die 99 prozent das menschliche das herzliche hat mich hat mir am meisten spaß gemacht und habe das produkt mir jetzt privat auch gekauft und nach hause genommen und das sind dann so sachen wo ich sage okay das deswegen wäre das jetzt mein punkt weil ich mir auch jetzt selber gekauft habe muss es ja muss es ja muss es ja irgendeine wirkung auf mich gehabt haben ja und so ist es auch ja was ich was ich halt überhaupt krass fand dass da viele stände waren so one man show mäßig die wirklich ab dem zeitpunkt gesagt haben also auch dieses bummelnde lüx da sind wir am stand vorbeigegangen da hast du dich ja gefreut über das finde ich auch gut ich glaube bummelnde lüx hieß es genau da habe ich ein paar sticker von die könnte können wir jetzt hier noch überall hin kleben hieß die marke so oder ne das ist nicht die marke aber es war eines der t-shirts war davon also man sieht es im video wer da interesse dran hat ist natürlich schönes sympathisches ding da komme ich auch später noch mal dazu wenn wir über jonas deichmann interview reden weil das hat tatsächlich bei mir auch einiges bewirkt und da passt so ein spruch bummelnde lüx auch dazu zu sagen naja fahre ich halt einfach mal los ein eis essen und und der hat uns auch gesagt naja ich habe jetzt hier so meine kleine kollektion verkauft das über meine webseite oder eben auf den messen die da sind ja die messen auch ganz wichtig um vielleicht auch ein bisschen umsatz zu machen die kommen dann auch wirklich mit dem sortiment dahin und das ist krass also da waren und da waren es viele von die da die da standen auch mit der bike musett das war ja diese tasche die wir eben angesprochen haben fand ich ganz tolle designs auch so richtig krass ja cycle punk seit also matze hört ja so ein bisschen wie nennt man das hard rock mäßig ist der ja so unterwegs also den anmerkt man auch in den videos die er schneidet gegenüber denen die ich schneide der musikgeschmack ist etwas derbar ja bei ihm halt immer rockige musik finde ich total geil bei mir ich habe jetzt gerade mein video über portugal geschnitten alles elektronisch so die beschmod style meistens elektronische musik ab und zu verirre ich mich mal in irgendwelche anderen sphären wer das nicht weiß wie wir das meiste lizenzieren wir über so eine plattform wenn sich art list gibt es verschiedene plattformen wo man im internet für eine jahresgebühr einfach lizenzfreie musik also gamer freie musik laden kann und da landet dann bei mir dinge also muss weiß nicht ob das den zuschauern schon aufgefallen ist sondern das ist auch gut so dass wenn der schnitten matze diri steht dann weiß man okay es wird rockiger also der schneidet natürlich auch die videos mit mir als protagonist so muss ich mich auch erst mal dran gewöhnen weil ja eigentlich die iq vlogs sind ja immer mit elektronischer musik gewesen aber das ist auch eine sache wo sich unser kanal ein bisschen hin entwickelt hat unterschiedliche darsteller in den videos der andre taucht öfters jetzt auch mal auf ich habe so ein oster video gesehen wo ich es unabhängig von uns entstanden andre und matze haben video gedreht über das 3t und das finde ich ganz toll geworden finde ich auch super und da kamen wir jetzt wegen der musik drauf und wir kamen wegen cycle punks drauf und das ist natürlich genau matze sein ding wir kommen auf den stand und mein ding ist es auch nicht nicht dein ich finde es ja auch geil also ich finde es vom style geil ist nicht meine musik dieses rockige aber was gravel devils oder sowas hieß das eine t-shirt so richtig aber auch so richtig im wie heißen denn die alle slayer oder sonst wie diese hard rocker keine ahnung in diesem style halt auch gemacht und das fand ich halt auch wirklich schön dass es dann auch im mal was anderes ist und und ja man kommt halt einfach mit einem lachenden gesicht auf diesen stand zu und sagt genau so ja vor allem matze fährt kein rad ist also sportlich gesehen jetzt nicht so dass das sein oberstes ziel ist und damit kriegen wir ihn vielleicht dass er dann doch sagt er kommt mal steigt mal aufs gravel bike der wird ja sowieso schon angeteasert weil er uns immer dabei filmen muss wie wir glücklich auf dem gravel bike sitzen und er mit dem auto hinterher fahren muss also das wird irgendwann wird der funke überspringen nicht mehr ganz sicher und dann haben wir auch auf jeden fall einen ausstatter für ihn jetzt gefahren aber in jedem fall auch wieder menschen treffen menschen was für eine tolle begegnung jetzt habe ich den namen leider das tut mir jetzt leid entschuldige mich dass ich den nicht parat habe aber wir haben uns getroffen auf dem stand er kannte unseren kanal schon oder gesagt mensch wir können ja auch mal irgendwas zusammen machen dann sehe ich diese fixie bikes da das ist ja eine szene durch die ich nicht komplett durchsteige müssen wir machen also kommen dann halt durch so ein messebesuch auch solche ideen wir machen mal was über fixie bike und so und dann machen wir das mal ja und dann hat der t-shirts ich habe die aufkleber habe ich jetzt gerade letztens aus meinem rucksack raus gekramt beziehungsweise aus meiner bike musette hatte ich die ganzen messekarten und aufkleber drin ist dabei sehr gerade sinnvoll und dann sind so ein alleine so ein aufkleber den ich jetzt zu hause liegen habe all cyclists are beautiful das sieht man übrigens öfters den spruch ja ich habe den noch nicht gesehen aber so 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 klein aber wirklich auch cool gestylt er hat auch eine mütze was stand auf der mütze noch mal drauf ich weiß es nicht mehr cycle punks ja auf jeden fall zeigt punkts ist wahrscheinlich wenn ihr das google findet ihr es auch und also viele schöne sachen auf der messe so wie du schon sagte so so in die sachen kleinere firmen und für alle unsere hörerinnen das ist uns aufgefallen uns allen aufgefallen wie viel frauenspezifische kleidung auf der messe waren mehrere stände und es war ganz sympathisch frauenspezifisch und eines sogar richtig baby kinderspezifisch die tauchen nur mal ganz kurz sieht man wie wie so ein baby mit auch so einer cycling mütze und und cycling klamotten war also auch glaube ich die eine marke ist schon etwas größer und bekannter ist jetzt tatsächlich was was wir vielleicht gar nicht so wissen und wir haben uns auch mit denen unterhalten und haben gesagt mensch das ist eigentlich ziemlich traurig bei uns im podcast und ich zumindest wenn ich das so bei youtube und man weiß ja nicht ob die analytics immer gut sind und richtig sind aber dass wir halt viel zu wenig weibliche hörerinnen haben wir müssen in unserem team mehr ihr müsst euch bewerben hier ja wir brauchen eigentlich man eine dame als darsteller hier wahrscheinlich vor den videos alle bewerbungen schicken also das das fehlt fehlt tatsächlich dem kanal ein bisschen und aber du kannst es nicht herbeizaubern also entweder du hast die jetzt in deinem cycle umfeld oder du hast sie nicht und aber interessant ist ja was was ich feststelle es ist vor also ich weiß nicht vielleicht liege ich auch komplett falsch und das ist nur so eine ganz subjektive wahrnehmung aber vor fünf bis zehn jahren bist du mit dem rennrad draußen gefahren und hast wirklich selten mal weibliche radsportlerinnen gesehen und schon gar nicht alleine fahren wenn überhaupt ganz selten mal so im windschatten vom vom partner wahrscheinlich mit und das hat sich finde ich schon ein bisschen geändert dass man viele viele frauen jetzt mittlerweile sieht die die unterwegs sind mit dem rennrad vielleicht auch durch das gravelen wollte ich wollte ich gerade sagen also ich höre können das ja auch gerne noch mal in die kommentare wenn es bei youtube ist reinschreiben es fällt mir wirklich auf und das ist nicht ich glaube nicht eine einbildung von mir dass es gerade im gravelen viel selbstverständlicher ist dass ich als als frau gar mal meine bikepacking tasche mache und gehe mal auf so eine tagestour oder ein overnighter oder irgendwas viel selbstverständlicher als dass ich sage auch ich mache jetzt hier mal eine 150 kilometer rennrad tour oder so eine marienburg runde hier in hannover genau ja langweilig ist am ende des tages naja wenn du so hundertmal gefahren bist ja aber ich würde auch sagen und toll auch noch mal dass das hat mir auch jetzt will ich nicht sagen noch mal die augen geöffnet aber ich fand es halt auch unheimlich gut bei dem gravel festival wo wir sind dann sind wir halt aus unserer kleinen bubble raus ja der frauenanteil ist ja super bei der morbid festival jetzt meinte ich also richtig gut also hat mir viel wir kamen jetzt wieder drauf weil in der messe auch viele stände waren mit den frauenkleidungen richtig so so soll das sein und ist doch super also die entwicklung zu begrüßen ja es ist es ist in meinen augen ganz ganz langsame entwicklung ähnlich wahrscheinlich wenn man es jetzt mal vergleicht mit dem frauenfußball da bin ich manchmal involviert weil der schwiegervater so das immer gerne guckt da sieht man jetzt auch bei bayern münchen gegen wolfsburg dass da die ränge relativ voller werden aber halt langsam es geht halt ganz langsam voran und im radsport natürlich noch langsamer aber wenn ich das jetzt leider kann ich es nicht immer gucken aber wenn ich bei euro sport den euro sport player habe ich abonniert paris rubet jetzt ja aber das war ja letztes jahr paris rubet super dieses jahr paris rubet habe ich definitiv bewusst eingeschaltet habe gesagt ich möchte das frauenrennen am samstag gucken und dann war es so dass ich auch festgestellt habe dass viele viele frauenrennen jetzt auf euro sport also generell übertragen werden also nicht nur paris rubet sondern ganz ganz viele andere rennen die ich jetzt nicht so verfolgt habe ich verfolge aber auch momentan den männerradsport jetzt nicht so hundertprozentig außer paris rubet ganz komisches gefühl dass das jetzt auf einmal so schnell kam nach oktober letzten jahres also es ich glaube es geht langsam voran und je mehr das dann im tv läuft und tour de france wird es dies ja auch wieder für frauen geben und so angekündigt wieder wird das natürlich auch immer interessanter ja und ich glaube das wird ein wird ein wachsender anteil und das haben ja auch die 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 ja damen bekleidungshersteller die haben es ja jetzt auch scheinen ja irgendwie davon leben zu können also es geht ja voran jedenfalls auffällig bei der messe und ich kann mich nur wiederholen war richtig so also nicht gut gut dann ja im rahmen der messe beziehungsweise tag vorher aber das war ja letztendlich war es ganz generell im rahmen der messe haben wir dann auch das interview mit jonas deichmann geführt unserem podcast man hat das viel spaß gemacht war cool war ja auch ein bisschen mein oder unser anspruch das war ein anderer also wir haben ja viele gäste hier von dem man nichts die nicht so medial im fokus stehen und jonas deichmann war ja da war ja ein gast der ja auch im mainstream tv unterwegs waren so haben wir haben wir einige sachen und selber mal vorher auch angeguckt und so weiter und da war es für mich ganz ganz wichtig auch fragen zu stellen wo nicht die standard antworten kommen können die ja sowieso schon überall gegeben hat und ich glaube dass es uns ganz gut gelungen also ich gucke mir unsere podcast und höre mir die nicht an gucke mir die nicht an wenn die durch aufgenommen sind also wenn dann mal wenn ich irgendwie meine da muss ich noch mal reinhören was habe ich denn da verzapft wenn ich bockmist gemacht habe aber da habe ich dann noch mal reingehört weil der hat mir auch selber sehr gut gefallen ich habe auch ich habe tatsächlich mir auch ich habe glaube ich nicht mehr ganz zum ende angehört aber ich habe mir auch relativ doch kann sogar sein dass ich ein ganz angehörter können wir jedenfalls hier noch mal empfehlen hat uns also ich kann das glaube ich ja für dich auch sagen bis jetzt ja neben mir kannst du selber sagen also mir hat das extrem viel spaß gemacht ja und wir hatten uns auch hat ja das buch vorher tatsächlich gelesen auch und alles und ein bisschen andere interviews gesehen und ja es ist glaube wir haben das ein oder andere wirklich noch erfahren und danke auch an jonas der natürlich auch wirklich offen und ehrlich auf manche fragen geantwortet hat noch so spät abends das hatte ganz kleine augen nachdem das tat mir zum schluss das tat mir zum schluss wir sind das ja gewöhnten aber das tat mir dann wirklich leid bis bis mitternacht haben wir diesen podcast aufgenommen und dann tat mir ein bisschen leid ja wir hatten ja sind also er kam ja von von irgendeinem wdr-dreh wenn ich mich oder mdr-dreh wurde geschattelt tatsächlich und ist ja ist ja wirklich also die taktung also ich glaube ich würde lieber diesen triathlon um die welt machen als jetzt seine mediale taktung zu haben das ist schon echt krass habe ich habe ich mir hier tatsächlich notiert wenn wir noch mal über das feedback zu jonas gleichmann überhaupt gehen wollen ja so hängen geblieben ist habe ich mir das auch notiert fand ich auch eine ehrliche antwort fand ich auch interessant dass diese diese medien taktung wenn du das so nennen willst von einem interview zum nächsten interview und auch unser podcast war ja nun nicht der erste podcast mit jonas gleichmann ja irgendwann könnte man auch sagen ich bin dessen ja auch ein bisschen überdrüssig aber na klar fand ich auch fair auch sozusagen er hat jetzt ja auch nicht viele jahre praktisch das zu geld zu machen und damit geld einzunehmen er ist halt nicht der hoch dotierte fußball ist da wo das geld einfach in millionen einfach aufs konto kopiert wird sondern da gibt es auch nur eine gewisse zeit geld einzunehmen und nicht vergessen das verletzungsrisiko ist halt auch auch da und und jetzt läuft das alles gut aber stell dir vor schwerer unfall oder die knie gehen kaputt oder was so ever und du kannst dann diese sache als extrem sportler wenn das jetzt der beruf ist oder extrem abenteurer nicht mehr ausführen ja dann ist kein einkommen da das heißt völlig nachvollziehbar dass man jetzt auch mit dem buch mit dem film auch 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 dafür sorgen muss das geld aufs konto kommt und 100 prozent nachvollziehbar und und hat er auch super ehrlich darauf geantwortet also fand ich gut ja auch auch als wir essen gegangen sind war auch haben wir ihn ja auch gefragt und das war wirklich ja das ist 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 für so ein abenteurer der verdient ja dann in diesen anderthalb jahren wo unterwegs ist na vielleicht weil die bücher sich weiterverkaufen vielleicht dann schon noch aber da muss er ja auch sich ein polster angefressen haben um wieder weiterzumachen habe ich übrigens auch von anderen abenteurern es gibt ja diese youtuber habe ich jetzt auch den namen leider nicht parat der denn in schweden der jetzt in schweden diese diese überlebenskämpfe bei youtube glaube ich veröffentlicht hat kannst du dich das hast du das mitbekommen ich kann es ich kriege es auch nicht mehr auf die reihe jedenfalls war es so dass es da sieben tage war und man wurde irgendwo in der wildnis ausgesetzt mit einem rucksack wo alles drin war um zu überleben die einen haben eine angel mitgenommen die anderen dies und das und das wurde auch als als serie dann aufgenommen medial und der war in irgendeinem podcast auch man auch mal ich glaube tatsächlich im handelsblatt podcast als unternehmer drin der hat sicherlich geldmäßig schon mehr jetzt auf der hohen kante als jonas deichmann also der ist youtube millionär glaube ich und er hat ganz klar gesagt naja dass das was als in der anfangsphase als es dann los ging ging es ja nur darum das nächste abenteuer zu finanzieren und da waren abenteuer dabei die haben damals 100 150.000 euro gekostet oder irgendwas und er musste das irgendwie über youtube vorher reinkriegen und das war der ansporn es ging nicht ums geld verdienen alleine und so schätze ich jonas deichmann auch eines geht nicht darum ich glaube nicht dass er millionär oder wie auch immer jetzt wohlhabend sein möchte im gegenteil er lebt ja ganz minimalismus ist es ja noch nicht mal eine bleibe moment wohnt hat in verschiedenen hotels hat glaube ich irgendwo ein paar kartons stehen in irgendeiner bude von freunden wenn ich es richtig erinnere das heißt es geht jetzt glaube ich ihm nicht darum zu sagen naja jetzt setze ich mich in drei jahren zur ruhe und habe habe mal irgendwie eine millionen auf dem konto was ich durchaus für realistisch halte sondern abenteuer zu finanzieren sein leben zu finanzieren und weitermachen zu können und die abenteuer das finde ich auch krass 10.000 euro hat dieser triathlon um die welt ihn gekostet am ende des tages ein schöner schluss von dem podcast mal zu erfahren was wurde denn jetzt für geld ausgegeben und ich habe jetzt ja ein projekt momentan auf eis gelegt was ich ja auch nicht für mich finanziert kriege wo ich dann auch sage ja es gibt aber auch projekte die man machen kann die genauso cool sind die wesentlich weniger sind also bei mir geht es jetzt um dieses atlantik rudern wo einfach die summe so hoch ist das kriege ich nicht finanziert kannst du die sagen willst du die sagen naja also die mindestsumme die man dafür so aufbringen muss allein das boot 70.000 das boot kaufen dann hast du 23.000 euro anmeldegebühr das fällt ja bei einem privat organisierten triathlon um die welt weg also oder viele leute kennen das auch so race across america da ist auch so wahnsinnige startgebühren also bei dem rudern ist es so round about 70.000 gehen fürs boot drauf 23.000 euro gehen für die anmeldegebühr drauf und dann brauchst du ja noch alle möglichen sicherheitslehrgänge das equipment was du dann noch kaufen musst also im schnitt bist du so für so ein vierer team wenn du glück hast vielleicht zwischen 120.000 und 160.000 da weg das geht momentan müsste ich viel mehr die werbetrommel rühren um das geld einzunehmen dafür mit sponsoren einsammeln genau und da fehlt mir die zeit zu muss ich ganz ehrlich sagen deswegen ist dieses projekt auf eis gesetzt es geht auch jetzt nicht um mein projekt es ging darum wo jonas gleich mal dann sagte das sind 10.000 euro die er für dieses projekt ausgegeben hat klar equipment wurde alles gesponsert plus equipment und sponsor übrigens genau aber da war ich auch von der socken dachte ich ja krass und das ist auch wieder natürlich jetzt zurück zum radfahren wir sind der fahrrad podcast das ist immer das was ist was es toll macht klar ein fahrrad kostet viel geld aber drei wochen fahrradurlaub durch schweden norwegen oder irgendwas zu machen kann auch wirklich günstig sein und das ist das was mir gut das war auch immer früher wo man so sagt also als ich angefangen habe mit triathlon ja mann was für ein super teurer sport also ich war schwimmer da brauchst du drei badehosen und fünf fünf brillen und ein bisschen equipment das heißt du hast irgendwie ein budget von 200 deutsche mark und du bist schwimmer und bist ausgestattet und dann bist du triathlet und dann kostet so neopren paar hundert euro und das fahrrad kostet ein paar tausend euro und damals den mark aber ja aber wenn du jetzt wieder sowas siehst klar fahrrad hat geld gekostet und der rest dann ja also wenn man ich glaube wenn man equipment dazu berechnet ist man wahrscheinlich bei 30 bis 40 tausend euro mit ortlieb und so ein bisschen ja ja genau aber überleg mal ein ganzes jahr urlaub machen mit ich miete überall ein auto ich miete überall ein hotel und dieses ja dann musst du schon ein bisschen mehr ausgeben also das fahrrad selber an sich ermöglicht dir natürlich sehr minimalistisch und auch preisbewusst reisen zu können und ja also fand ich toll also etwas was auch hängen geblieben ist von der sache es geht eben auch mit wesentlich weniger budget das müssen wir uns auch immer vor augen führen und nicht so großkotzig daher kommen ja also das wie gesagt das das dann dann fand ich seinen ausspruch denn also wir haben ja auch schon race across america hier gehabt wenn dunker der hier war übrigens auch immer noch ein sehr empfehlenswerter podcast glaube ich den fand ich auch sehr inspirierend da übrigens auch noch mal 50.000 euro hatten die glaube ich oder mehr als 50.000 euro hatten die ausgeben die hatten ja auch ein riesen betreuer team dabei und das ist auch das ist auch völlig okay aber man muss sich genau aber man muss sich auch klar machen das geld muss ja auch irgendwo herkommen genau das zahlst du nicht einfach nur so aus der portokasse ja und da hatte ich ihn ja auch angesprochen wie ist es so wäre das nicht auch mal was so ein bisschen wie wie die anderen die dann die die rekorde auf race across america fahren diese rennen und die sind ja dann auch in dem sinne nicht mehr selbst supportet da fährt man ja mit begleitfahrzeug er hat ja auch ganz schnell geantwortet dass es das nicht sein ding ist das interessante war ja dass er früher wettkämpfer war und irgendwann gesagt hat ich habe keinen bock mehr auf wettkampf ich will für mich selber den kram machen und das ist tatsächlich was was mich nachhaltig also das ist ein satz oder oder zumindest ein thema was bei mir im kopf geblieben ist wo ich seit ein zwei jahren seit pandemie auch ja so ein bisschen an bei mir so ein bisschen am hadern war machst du jetzt triathlon also wenig wettkämpfe gewesen und mich dann gefreut kein wettkampf zu haben und dann hatte ich einen wettkampf und dann hat es mich geärgert dass ich morgens um sechs losfahren musste ich wäre ja viel lieber um acht oder neun erst losgefahren wo ich letztes jahr schon gesagt habe mensch wie wäre geil wäre das wenn man einfach die triathlons nur noch self supported macht so wie man bock hat und so ein bisschen spricht das vielleicht komme ich auch ins gesetztere alter jetzt so ein bisschen hat das hat mich das noch mehr inspiriert zu sagen naja gar nicht diesen wettkampf gedanken sondern davon sich ein bisschen los zu sagen und zu sagen naja ich mache jetzt das wo ich lust drauf habe natürlich werde ich nicht 120 mal und 1,4 jahre hätte ich jetzt fast gesagt um die welt reichen 120 ironman ja ja werde ich nicht machen aber vielleicht werde ich mal ein ironman machen aber unabhängig vom wettkampf und witzigerweise schließt sich der kreis gerade gestern kam mein freund ralf viele grüße vielleicht hört er diesen podcast rein mit dem war ich ein paar mal auf lanzarote beim ironman und wir hatten viel spaß und so eine sache und ich habe immer die anekdote mit ralf einmal im jahr schwimmen wir durch stein oder mehr und zwar möglichst ein bisschen diagonal um die länge hinzukriegen und wir hatten doch mal einen triathlon da erinnerst du dich auch dran natürlich erinnerst du dich dran den hatten wir spaßeshalber stein oder mehr triathlon genannt weil wir einfach auf dieser gravel triathlon gravel triathlon gibt es auch ein video von wo wir einfach gar nichts geplant haben wir waren die ersten mit gravel triathlon dieser 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 triathlet der das jetzt auch letztes jahr in in wie heißt dieser ort in spanien gemacht hat in girona oder nicht ja girona der das in girona gemacht hat der ist erst der zweite wir haben es erfunden müssen wir in den podcast einladen um nochmal klar zu machen wir haben es erfunden das müssen wir mal klar stellen genau und da sind wir halt selber auch einfach es kann dir ja keiner verbieten einfach mal durch stein oder mehr zu schwimmen du musst natürlich wissen wenn du das ohne der allergie machst und so in welcher gefahrenbereich naja durch stein oder mehr kann man auch einfach durch wagen und naja ein bisschen aufpassen ja 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 die falsche info rausgeben also wenn du 2000 meter vom ufer entfernt bist in jede richtung da wird schon kritisch er würde nicht alleine machen und eine rettungsboje hatten wir dabei natürlich aber es kann dir keiner verbieten jetzt da durch das stein im meer zu schwimmen dann nimmst du dein gravel bike wir hatten tatsächlich dann irgendwie glaube ich 100 kilometer gravel danach gemacht dann sind wir eine kleine runde gelaufen die nicht zu lang sein durfte wegen meinem dummen knie problem und natürlich keine startgebühr sondern du machst es ja einfach also wechselzone war das auto jetzt können wir ja nicht jetzt können wir ja nicht im podcast sagen was für eine tolle erfindung einfach mal irgendwo durch den see zu schwimmen eine runde gravel zu fahren und ein bisschen cross zu laufen und dafür kein startgeld zu machen nee es ist keine erfindung die natur gehört uns allen und dann machen wir das einfach und wir brauchen das war am ende war war das schon bevor jung das da ich man sein selbst self supported triathlon gemacht hat haben wir das zumindest auch schon mal gemacht gut wir mussten sehen das kurz schließen entschuldigung dass ich dir ins wort falle ich wollte das einmal zurück mal und gestern war der reif da und dann hatten wir gesagt du mensch reif wann machen wir denn jetzt hat er sein fahrrad hier in der werkstatt und dann haben wir uns noch kurz gesprochen und dann sagte ich mensch reif wann machen wir das denn mal wieder durch stein am meer unsere jahres schwimmtour und dann sagt er hey wir machen da jetzt ja auch ein triathlon draus und dann habe ich gesagt klar machen wir den triathlon draus und jetzt wo ich dich höre müssen wir das definitiv nochmal als happening machen wir dürfen ja das nicht event nennen das müssen wir nochmal wiederholen weil es war einfach zu schön und es ist genau die schiene die du sagst man muss es einfach so machen und ob der dann um sechs oder um sieben start ist und lass mal fünfe gerade sein also wenn ich die zeit hätte würde ich eine webseite erfinden wo ich wo ich self supported triathlons anbieten würde und jeder so jeder der der lust hat gibt irgendwie baut eine schöne strecke balkomot einen schönen see dann muss man natürlich irgendwie schon in unserem fall war es ja wir sind von a nach b vom vom ein ufer zum anderen von dann standen da die autos mit den rädern mit den rädern in deister da gelaufen das tisch musste das schon auf drauf haben und ich würde es aber dann so machen müssen halt rund kurse sein da musst du halt einmal im stein oder mehr beispielsweise um die insel schwimmen oder hin und zurück wie auch immer man das sich überlegt das schwimmen ist vielleicht auch das unproblematischste kann ja auch jeder schwimmen wie er will im see hauptsache hat irgendwie seine 2000 meter zusammen oder 4000 was auch immer man sich als ziel vornimmt dann schön rad rund kurs vielleicht wenn es dann mal 180 kilometer sein soll sodass man vielleicht zwei drei mal am auto noch vorbeikommt kann man ja xen also man kann wie auch immer oder man muss halt unterwegs an der tanke sich verpflegen geht ja auch und dann muss man halt irgendwie wenn man es wirklich für sich macht oder mit zwei drei freunden und nicht die logistik hat sich noch zum anderen ufer fahren zu lassen hat man halt seine wechselzone die kann man ja an jedem see der welt parken und das ist oder oder hinstellen wenn kann man ja sogar wir können das nur nicht als brüller rausbringen dass man an jedem see natürlich parken kann und sein fahrrad im auto hat wenn man vom schwimmen kommt das sofort nehmen kann das ist ja eigentlich keine idee aber man muss einfach bewusst machen wie einfach diese logistik ja aber es kann jeder und und das wäre natürlich wenn man da irgendwann mal eine community aufbauen könnte wo jeder an seinem see den erhalt seinen haussee den erkennt und bei uns in hannover fällt mir ein altweinbüchener see im schlimmsten fall der maschsee also durch den kann man ja auch nicht da gibt es rechtliche probleme glaube ich ja aber altweinbüchen kann man schwimmen relativ gefahrlos im dings steinhuder meer muss man auch aufpassen ich war da jetzt mit 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 ola am wochenende sind wir da mit dem rad hingefahren tagsüber kannst du vergessen rüber zu schwimmen das alles voll mit booten ja musst du auch gucken das aber das sind so dinge wo ich sage das wäre doch eigentlich cool wenn wenn man da irgendwo eine sammlung von strecken hätte und dann so wie wir damals hier durch dieses mitten aner wie ist das mitten aner meer bad zwischen aner meer zwischen aner meer irgendwie so wo wir durch geschwommen sind war doch toll und das kann man einfach sagen naja nächstes wochenende schön schönes wetter in bayern dann schwimme ich halt mal einmal durch den albsee und mach da mal ein triathlon also ihr hört schon das ist auch inspirierend nochmal für uns darüber nachzudenken und das ist ja die message von jonas deichmann gewesen er ist abenteurer wir machen da eher ein abenteuer draus und nicht ein rennen mit einem kleinen unterschied dass er schon auch die schnellste eurasien durch querung gemacht hat portugal nach vladivostok also einmal dann hatte er die schnellste panamerika route ich weiß gar nicht wie man das nennt heißt das nicht panamerika also von amerika nord nach ganz runter und auch cape to cape und zu cape to cape hätte ich ganz gerne noch eine persönliche empfindung hier mitgegeben die mir auch in diese schiene passt menschen treffen gerne menschen und lernen halt im persönlichen gespräch was anderes als über eine videokonferenz oder auch vielleicht einfach nur durch einen videofilm und das würde ich gerne nochmal kurz eben aufgreifen weil cape to cape ist von nordkap runter nach kapstadt in afrika die tour die er in ich glaube 18 tagen als rekord hat und den film cape to cape habe ich nämlich letztes jahr beim orbit festival gesehen ich hätte den vorher nicht gesehen habe ihn da wirklich das erste mal gesehen und ich möchte da gerne nochmal das kurz ausführen ich mache es auch knapp er ist da ja mit einer anderen person gefahren die sich ihm angeschlossen hat aber es war erstmal seine idee ich fahre die rekordzeit von cape to cape also dann ich glaube es waren dann 18 tage lass es ein zwei tage mehr oder weniger gewesen sein aber rekordzeit das war erstmal die idee und dann gab es diesen film wo der andere auch dabei war der name fällt mir gerade nicht ein viel entschuldigung dafür und dann hatte der mitfahrer ungefähr in afrika ich glaube bei zwei drittel der strecke roundabout massiv lebensmittelvergiftung und dem ging es halt sehr schlecht und 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 also einfach körperliche probleme ich glaube es war lebensmittelvergiftung ich habe es jetzt leider nicht mehr ganz parat und dann musste der ruhetag einlegen oder sogar zwei weil sonst wäre es nicht weitergegangen und dann hat der jonas gesagt das geht aber nicht dann ist der rekordflöten und dann hat er ihn im prinzip zurücklassen müssen oder er hat halt die entscheidung treffen wir müssen uns jetzt trennen weil ich muss mein ziel die schnellste zeit verfolgen dann war dieser film zu ende und dann dachte ich das hat so das hat einen relativ negativen beigeschmack wenn man seinen kumpel zurücklässt also das hat ja überhaupt im leben so ich habe dich im stich gelassen das hat ja überhaupt einen negativen touch ich ich in tausend situationen wenn man jemanden im stich lässt das ist ja negativ behaftet oder ich lasse dich zurück und das kennen wir ja irgendwie ich kann das glaube ich jetzt gut genug rüberbringen dass jeder weiß worum es geht dass das nicht positiv ist jemanden da zurückzulassen dem es nicht gut geht oder hängen zu lassen so jetzt habe ich es ja genug gesagt und lange rede kurzer sinn trotzdem toller film tolle leistung aber das war so der minimalfade beigeschmack und dann treffen wir jonas deichmann dann natürlich jetzt nicht im film sondern in echt und man redet mit dem wir waren dann mit ihm essen gehen und dann finde ich das das finde ich so toll dass das man dann kommt meistens eigentlich das thema menschen lieben menschen ja wenn man dann sich aber richtig austauscht dann weißt du auch ob das wirklich eine sehr negative charaktereigenschaft war oder ob jemand wirklich ein honk ist sagen wir es mal so ich will das wort sonst nicht sagen was mir gerade im kopf war oder ob er halt erklären kann wie die situation für ihn dann in dem moment war und und dann ja und im gespräch relativieren sich halt viele sachen und auch im persönlichen kennenlernen jetzt klingt das nach mega schleimscheißerei hier ne aber durch diesen podcast und das gespräch wo ich sagte man ist der super sympathisch der ist ja ganz normal also hat ja gar nichts negatives wo ich jetzt sage da würde ich jetzt reingehen und sagen das ist aber honk sage ich das jetzt noch mal so das hat mir gefallen dass ich da meine meinung revidieren konnte weil in dem ersten film war es so ja aber das habe ich auch schon gehört ich weiß gar nicht wer es selber erzählt hat oder freunde von ihm dass es ihn am ende das auch ein problem des films war weil das relativ viel zeit eingenommen hat aber eigentlich ganz unwichtiges nebenschau schauplatz war weil man von vornherein wusste und auch der mitfahrer gar nicht sauber war man wusste von er wusste von vornherein ich muss so und so viele stunden am tag im sattel sitzen um da irgendwie an rüber zu fahren in dieser zeit das zu schaffen genau und da war ganz klar vorher abgesprochen ohne dass irgendjemand sauer aufeinander war die waren also gar nicht sauer aufeinander du hast das so wahrgenommen mensch das ist ja blöd den den freund oder den mitfahrer zurückzulassen das war aber ganz klar abgesprochen vorher und da muss man natürlich wenn man rekordfahrt macht auch durch am ende des tages und jonas hat ja auch gesagt zumindest jetzt unabhängig vom vom podcast von uns wo er gesagt hat natürlich tut einem das leid und hat man hat gar keinen bock man kämpft ja gegen sich selber an indem man sagt ich muss jetzt weiterfahren man lässt ihn aber ja auch nicht zurück wo er unbeholfen ist sondern schon so dass er im krankenhaus versorgt ist und nach hause fliegen kann und so weiter man kümmert sich ja und alles und fährt dann erst weiter und sagt nicht ja auch hier in der wüste dann liegst du halt hier und ich fahr mal weiter das wäre ja nicht passiert in dem sinne und lustiges bild ja ich bin ganz entschuldigung dass ich verwirrt war das kriegen die leute jetzt beim podcast hören ich erzähle euch weiter nee und das 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 erklärt natürlich auch vieles überhaupt zu sagen naja ich muss so und so viele kilometer am tag schaffen und anders geht es halt nicht und das ist glaube ich auch ein ganz ganz wichtiger punkt weil ja sein film jetzt auch angekündigt ist für 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 anfang mai mitte mai wird er veröffentlicht der der in der kinofilm bei diesem film guckt er auch tatsächlich noch mal drüber und ist selbst mit involviert damals war das wohl so dass der film ja fertig produziert wurde er hat da gar nicht noch mal drüber 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 gucken können und so weiter das ist ja und da sind wir als youtube produzenten ja auch so wir machen auch ein video und müssen genau gucken dass wir nicht eine minute da drin haben wo wir komplett falsch verstanden werden was uns ja auch im podcast auch schon mal passiert ist davon mal ab aber das ist das leben und mittlerweile ist es kann ich dir auch sagen und du weißt es ja auch man wird dann natürlich gelassen weil du kannst es nicht jedem recht machen und dann wirst du eben mal missverstanden und dann muss man damit halt umgehen können ja und das ist wie gesagt das das ist übrigens ja sowieso ganz interessant diese diese stunden im sattel geschichte wo man auch sagt stimmt auch das ist auch was was ich jetzt schon 10.000 leuten erzählt habe dass ich mein tacho abschalte und nur die karte an habe und sage ja ja ich fahre jetzt mal zwei stunden rad auf die idee kommst du ja gar nicht oder komm ich bin ich zumindest nicht gekommen als strava affiner fahrer wo ich sage okay jetzt fährst du los und dann ärgerst du dich noch dass du nach hause kommst und für 90 kilometer dreieinhalb stunden gebraucht hast und der schnitt so niedrig und sonst wo ich sage ja wo wo er mir die augen geöffnet hat nee ich fahre einfach rum und bummelnde lux da kommen wir darauf zurück was ich schon angekündigt habe ja dann bummel ich halt mal und wenn ich bock habe schnell zu fahren fahre ich schnell aber ist mir doch egal ob der schnitt am ende dann weiß ich nicht kennst du vielleicht das gefühl von früher jetzt glaube ich bist du da sowieso nicht mehr so gepolt wurde dann wo ich dann wirklich sehe ah die 30 ne und ein dreißiger schnitt und so weiter und dann jede ampel und dann drückst du auf autopause damit der schnitt nicht oder drückst du auf pause oder die autopause darf erst bei fünf kmh oder schon bei fünf oder zehn kmh muss die eingeschaltet werden damit der schnitt nicht kaputt geht zumindest hat man und ich kenne es nicht so vom training ich kenne es damals als ich noch ein bisschen aktiv triathlon gemacht habe dass du halt diesen ums verrecken du musst diesen 40er schnitt fahren und natürlich ist das jetzt hast du gegenwind und die bedingungen sind nicht so und du das dann ist es halt nicht der 40er schnitt weil die bedingungen nicht da sind und du willst es aber du willst aber unbedingt diesen 40er schnitt fahren was ja total bekloppt ist ja denkensweise macht ja mega viel stress und man kann ja trotzdem mal schnell und ich bin ja immer noch ambitioniert und fahr auch mal gerne schnell aber eben auch also tatsächlich hat das bei mir auch so ein knopfkuss auch ja ist mir doch jetzt egal was auf dem tacho steht und das ist das ist was was ich mitnehme und was hoffentlich auch der ein oder andere zuhörer mitnimmt der genauso drauf ist es ist ich bin ja nicht der einzige es gibt ja viele die sind ja noch bekloppter und und gucken bei jedem strava segment müssen sie schnell durchfahren damit sind ja nicht schlechte laune haben ja sich da einfach mal von zu lösen ist ja vielleicht auch eine idee das das ist schon okay wenn man da waren wir auch mal ab und zu zu finden das ist schon okay mal zu sagen habe ich bock drauf dieses strava segment zu fahren nein also man soll das ja nicht abschalten aber der entscheidende punkt den hast du gerade gesagt der ist dir nicht klar in dem satz hast du ihn gerade selber gesagt nur nicht drüber ärgern wenn es nicht klappt da ist es ja ja weil mit bocken strava segment schnell zu fahren da ist ja überhaupt nichts dran mal krachen lassen und mal sehen wo man steht oder so aber die entspanntheit zu haben ist man auch mal nicht zu machen ja oder eben auch zu sagen c'est la vie dann bin ich eben auf platz fünf oder das du machst eine fahrt und und der vereinskamerad guckt rein und denkt wie langsam fährt der scheiß doch drauf also da habe ich mich ja auch selber schon ertappt jetzt hier die schnellsten abfahrten die mehr genommen wurden in anführungsstrichen da gehe ich jetzt nicht mehr also da ist das gehirn auch wirklich jetzt so umgepolt oder ich sage okay das das greife ich jetzt nicht noch mal an und riskiere mein leben in der abfahrt um die schnellste abfahrt dann ist es halt so egal gibt andere themen im leben also wir haben aus diesem ich merke schon in dem gespräch nach dem podcast dass wir und deswegen ist es auch so schön für uns wir haben uns damit auch selber belohnt weil wir eben auch viele sachen für uns selber rausgezogen haben und jetzt machen wir noch mal werbung für den podcast und eine sache habe ich tatsächlich gerade in den osterurlaub wir hatten beide ein bisschen freie tage genommen in den oster und eine sache habe ich tatsächlich das ist nicht glauben mitgenommen aus dem aus dem podcast im urlaub um mich selber zu beruhigen und möchte ich auch noch mal sagen weil der jonas da ich mal in dem podcast das ist ein teil des podcast ist auch zu sagen was machst du wenn und wenn halt sachen unterwegs passieren für die du nichts kannst und wo du umplanen musst und wo du halt improvisieren musst und so eine sache und dann habe ich mich selber ertappt manchmal rege ich mich unnütz auf für sachen wo ich auch nichts zu kann aber wir hatten jetzt auch einen familienurlaub und den einen tag gab es halt leider auf einem auf einem bergpass einen schneesturm der nicht zu erwarten war und wir hatten eine relativ teure unterkunft gebucht wo wir hinkommen mussten und der normale familienpapa der dann irgendwie viel geld ausgibt um diese unterkunft da jetzt nun zu erreichen muss jetzt akzeptieren ja ist halt so du kannst die unterkunft nicht stornieren du kannst aber auch nicht in einem schneesturm jetzt das leben der familie riskieren du steckst jetzt da fest in dieser situation du kannst den schnee nicht schmelzen du kommst aber auch diesen pass nicht weiter und eine unterkunft kannst du einfach das geld kannst du einfach in den wind schreiben ja dann kann man sich darüber aufregen und das fand ich so gut habe ich mich tatsächlich auf dem podcast du kannst dich in diesem moment aufregen du kannst cholerisch werden du kannst sauer werden du kannst traurig sein über das geplante geld aber ändern kannst du die situation jetzt nicht und dann musst du einfach ein minimales löcheln aufsetzen und sagen so ist es nun mal muss ich neu planen also das war mir in meinem urlaub nicht so leicht gefallen als der flug irgendwie vier stunden verspätung hatte wir nachts um eins erst losgeflogen sind aus portugal aber auch da ist es so na klar ist habe ich halt meinen film geschnitten und dann habe ich halt eine nacht durchgemacht fast ich habe viel zu viel schon wieder aus meinem privatleben gesagt aber das ist das was ich noch mal aus der aus der sache auch noch positiv mitgenommen habe und der jonas hört den podcast wahrscheinlich nicht aber auch da hat gar keine zeit mehr aber auch da hat und es ist tatsächlich genau so ich habe mich an den podcast erinnert den hatten wir ja kurz vor der vor der vor dieser osterpause aufgenommen wo ich sagte ja ich habe genau die worte im kopf wie jonas gesagt hat aber es hilft alles nichts also er hatte da ja ich habe so eine passage im buch auch vorgelesen die mir am liebsten war aber es hilft sich nicht darüber aufzuregen was nicht zu ändern ist und so damals ging es um sein sagt sich darüber aufzuregen macht mich nicht wärmer und nicht satter und ich habe andere themen zu lösen fand ich halt noch mal viel positiv so wie ein ein extrem sportler der wirklich ja wirklich was außergewöhnliches geleistet hat über 14 monate hinweg um die welt zu reisen wie der es schafft einen entspannter zu machen obwohl er eigentlich gerade ja das gegenteil hinter sich hatte als abenteuer und bei mir auf einmal eine entspanntheit was den sport angeht hinter hinterblieben ist wo ich gesagt habe naja ich auch was er gesagt hat ja wie trainierst du ja ich mache viel sport also und jetzt ist es so dass ich momentan mehr sport mache aber nicht mehr auf irgendwas hin trainiere sondern ich gehe halt laufen wenn ich bock habe dann gehe ich gehe ich also jetzt auch in in portugal im urlaub gehe ich laufen bleib stehen genieße den ausblick lauf dann langsam weiter und 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 gehe und kletter auch mal hoch und runter die 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 steilwände da weil ich es geil finde was das für mich gemacht hat mein 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 triathlon rad wird jetzt verkauft also ich brauche brauche kein zeitfahrrad mehr und wenn ich mein triathlon mitfahre fahre ich mit rennrad zeit im sattel ist ja interessanter als das schnellste rad zu fahren und am ende dann irgendwie trotzdem 150 zu werden und sich trotz mit einer bestimmten zeit jahr ist doch egal vielleicht bleibe ich auch einfach an der an der verpflegungsstation stehen und unterhalte mich mit den helfern eins möchte ich der community spreche in die kamera mitteilen der ingo ist jemand den ich kennengelernt habe der ist immer extrem straight ersetzt die sachen auch du musst das akzeptieren dass ich das über dich sage du musst das über dich ja gehen lassen wenn ingo eine entscheidung getroffen hat dann ist die nicht mehr umkehrbar die ist jetzt getroffen und ich erinnere hier im podcast deswegen darüber ich wusste nicht dass du dein triathlon rad jetzt verkaufen hast du das nicht das hast du ja gar nicht mitbekommen ich habe ich würde das letzte woche hier angerufen habe gesagt ihr müsst das jetzt fertig machen zum verkauf ich möchte das ist ja schön unser podcast ist an ehrlichkeit nicht zu toppen wir haben uns jetzt halt diese ostertage nicht gesehen und nicht darüber reden können aber ich erinnere mich dran und da viele leute die die alten podcast noch mal spulen können die die müssen sich das noch mal auf der zunge zergehen lassen ingo hat beschlossen ich fahre kein mountainbike mehr also hat ingo also es gab diesen moment bin ich happy mit meinem gravel bike das kann ja alles in deister und hier und da und jetzt mein mountainbike brauche ich nicht mehr dann ist diese unumstößliche entscheidung getroffen mein mountainbike brauche ich nicht mehr und drei haben den den wir nehmen den podcast auf und sage hier ich muss mein mountainbike verkaufen da sage ich ingo du hast aber so ein luxus mountainbike das ist doch alles super toll und war das inhalt ich den noch in podcast seiten pass auf das noch erzählst du hast es schon vergessen das ist ja super dass du das vergessen hast entschuldigung ich hole noch mal aus ist wirklich wichtig jetzt und dann nehmen wir den podcast auf und ich sage naja wenn du das rad jetzt verkaufen willst dann stellen wir das jetzt im hintergrund bei dem podcast schreiben schreiben schild hin zu verkaufen einfach aus gag also der es war ja die idee ingo hat jetzt beschlossen ich fahre nur noch gravel bike ich brauche meinen mountainbike ich erinnere mich das hat ja im hintergrund warum steht das zeitfahrrad hier nicht im hintergrund deswegen komme ich doch gerade zu dir lass mich doch ruf mal unten an die sollen das hochbringen und jedenfalls habe ich dann einfach aus gag aus absoluten gag habe ich dann gesagt wir stellen es einfach mal im hintergrund weil du so euphorisch warst mit gravel bike gravel bike gravel bike ich brauche mein mountainbike nicht mehr dann stell es dahin machen schild einfach zu verkaufen und ein freund aus unserem bekanntenkreis hat durch zufall den podcast gesehen ist das der ernst ja ja ist der ernst ist in gute hände gekommen habe ich mich sehr gefreut ist in gute hände gekommen viele grüße an lutz und dann war es einen tag nach dem podcast war das rad verkauft und jetzt muss ich so schmunzeln wo du sagst du hast deine entscheidung getroffen dieser podcast mit jonas deichmann hat mich noch viel mehr du beschreibst es ja alles ganz gut ich brauche das ja nicht wiederholen was es mit dir gemacht hat ich bin ja eh in der entschleunigten phase ich habe ja gar kein triathlonrad mehr und wenn ich ein triathlon mache den du hast das schon vor 15 jahren ohne podcast geschafft also ohne jonas deichmann interview podcast naja gut aber das liegt auch einfach daran dass ich auch nicht mehr in dieser liga mitspielen kann dann wird das langweilig das heißt ich kann halt nur noch langsam gemütlich fahrrad fahren und das leben genießen ist doch auch in ordnung dass es so ist und deswegen ist es nochmal eine bestätigung von dem podcast dass ich halt auch für jede regnen blume mal anhalte und für jeden kaffee aber das ist ja auch jeder nach seiner façon und könnte mir vorstellen wenn ich jetzt ein anderes leben hätte und und vielleicht weniger familie verpflichtungen etc dass ich nochmal total blut lecke und dann trotzdem das nochmal machen will ich will das nicht ausschließen zu deinem triathlonrad ich erfahre im podcast ingo verkauft sein hammer geiles triathlonrad also da ist ja alles dran was man sich so haben kann ich ja noch nicht mal meins nennen das war hier letztendlich so ein bisschen demorad fürs video und sonst wie und ich bin das ich habe jetzt auch immer auf die kilometer ich bin es ja gar nicht gefahren ich bin es wirklich nicht gefahren und ich habe tatsächlich mir überlegt ja was was soll es also ich 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 mache jetzt mehr sport und dann überlege ich mir eher so bin ich heute am maschsee lang gefahren habe die ruder da gesehen habe gesagt jetzt mache ich ja kein triathlon mehr jetzt kann ich ja einfach mal zweimal die woche rudern gehen aber warum machst du das denn nicht mit mir zusammen ich würde gerne rudern ich habe das heute beim mit meinem lastenfahrrad bin ich schön elektrisch am maschsee lang gefahren habe gesehen das ruderboot und habe gedacht irgendwer hat uns doch mal angeschrieben ich musste mal die e mail raussuchen wenn ihr mal bock habt kommt mal vorbei dann könnt er mal rudern und da hatte ich das schon habe ich gedacht das müssen wir jetzt einfach mal angehen also hatte ich die schon im hinterkopf mit also das also rudern steht bei mir auf oberster linie und nicht um schneller ruderer zu werden sondern einfach um es mal zu machen spaß zu haben auszuprobieren genau und das ist so dass wo ich sage auch auch schwimmen mäßig wo ich gesagt habe ach ins schwimmbad jetzt drin habe ich gar keinen bock mehr warte ich bis draußen die seen warm sind oder die freibäder offen sind dann gehe ich ab und zu mal schwimmen und schwimmen bisschen im maschsee wo auch immer alt war im büchner see also diese entspanntheit zu sagen wettkämpfe ja ich bin sogar fürs allgäu dieses jahr noch angemeldet weil ich letztes jahr verletzt war habe ich noch einen freien startplatz für dieses jahr starte ich vielleicht auch aber dann starte ich halt mit dem rennrad ist mir doch egal und das ist so dass wo ich ja ist also so ein schalter umgelegt worden ist und vielleicht ist es auch nur eine phase vielleicht komme ich in drei jahren an und sage jetzt muss ich noch mal altersklassenmeister werden und mich für herbei qualifizieren kann mir auch passieren das ist nie nie sagen das ist das ist lieb dass du das sagst das würde ich auch so sehen das kann noch mal passieren und dann ist es halt irgendein podcast mit irgendeinem wettkämpfer und ich drehe komplett am rad und mache genau das umgekehrte von jetzt aber das also wie gesagt das deswegen das ist schon bei bei vegan essen so gewesen und als ich trinke auch seit jahren kein alkohol mehr ich habe immer gesagt aber wenn ich bock drauf habe trinke ich es einfach wieder und genauso würde ich es jetzt auch handhaben wenn ich irgendwann wieder bock habe mache ich es wieder aber jetzt finde ich es auch irgendwie ganz cool viel sport zu machen mit viel spaß also das ist jetzt so eine phase die hier eingeläutet ist ja glaube ich ja sowieso eine grund meinung die wir hier schon ganz oft mitgegeben haben die wiederholen uns damit einzug erhalten hat dass wir gravel bikes haben und ein bisschen von dieser stressigen straße weg kommen und in dem moment wo du von diesem stressigen autoverkehr wegkommst in den wald feldweg wo auch immer du fährst brauchen wir hier der community nicht noch mal erklären dass das im kopf sowieso schon etwas zur entschleunigung beiträgt na gut haben wir ja doch viel gequatscht gezielt paris robet aber interessant ist wie viel durch diesen podcast für uns selber also wir geben wir unterhalten uns ja eigentlich ja ja es ist interessant wie viel uns der podcast für uns selber gegeben hat ja viele folgen ist ja nicht nur die also interview folgen auch sonst wie dass wir 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 ziehen ja viel raus und der auch beide lernwillig oder auch du nicht aber ich schon also oder zumindest lasse ich mich gerne auch inspirieren und wir versuchen und das ist ja vielleicht dass das ist das wäre ja das interessante ob sich an anderen ähnliches gefühl hatten und sich dadurch auch inspirieren lassen sei es jetzt durch unser gelaber heute zu sagen mensch was der ingo sagt ist ja gar nicht so blöd vielleicht mache ich das auch mal ein bisschen entspannter oder oder fort das triathlonrad verkaufen noch mal zwei tage länger drüber nach oder eben durch den den jonas podcast oder auch andere podcast dass das ist ja super interessant und wenn man das nicht in die kommentare schreiben will kann man ja auch gerne mal eine kurze e mail an uns schreiben an an podcast den joy bike das ist ja das interessante ob das nur bei uns so geht oder ob wir das ob ob da andere auch so denken na gut jetzt würde ich zumindest mal ganz kurz ansprechen wollen paris rubet weil wir das letzte paris rubet bei uns eine viereinhalb stunden sendung ausgemacht hat das war auch eine spitzen sendung übrigens auch eine der krassesten sendungen und auch eine auch eine die im kopf geblieben ist und wo sich einige sachen hinterher auch verändert haben was luftdrücke angeht und ähnliches ne ich erinnere an das hausler interview was war am telefon ganz spontan machen durften und so weiter der übrigens gar nicht mitfahren konnte dieses jahr verletzungsbedingt und jetzt so krass wir haben letztes jahr das richtig abgefeiert ich habe am fernseher gesessen habe jede sekunde von diesem rennen aufgesaugt kann man positiv wie negativ sehen aber die witterungsverhältnisse waren grausam es war klar es wird ein hammer harter tag also allein durch die witterungsbedingungen ist es halt tatsächlich schon sehr krass gewesen zu sehen und dieses jahr zu bei mir 100 prozent das gegenteil weil ich keine zeit hatte einzuschalten zu verfolgen konnte den fernseher nicht anmachen und gab gar keine möglichkeit weder frauen noch männer werden zu verfolgen ich habe es tatsächlich das frauenrennen glücklich wollte ich eigentlich im real life gucken am samstag habe mich dann super gefreut dass ich irgendwie glaube ich meine ich doch live drauf gelandet bin weil es relativ spät war wenn ich mich richtig erinnere das war schon ganz interessant und dann sonntag habe ich gedacht na gut schaltest mal ein mittags um zwölf und dann guckst du mal ein bisschen und dann gehst du zwischendurch mal laufen und dann guckst du weiter und sonst wie bombenwetter bei denen ich habe es von vorne bis hinten geguckt und es war wieder ein und das ist das problem ist ich kann jetzt nicht sagen ob flandern rundfahrt und diese und und mainland sanremo von vorne bis hinten zu gucken genauso spannend sind weil ich sie nicht geguckt habe kann sein dass die genauso spannend sind aber diesmal war es auch wieder ultraspannend von der pole von art es war windkanten windkanten rennen es sind zwei große gruppen entstanden die teilweise anderthalb minuten auseinander waren wo ich gesagt habe das ist schon entschieden das rennen ich habe nur einen ganz kleinen abriss von radnet gelesen ja also nur aber es war wieder ultraspannend es waren wieder ultra viele pannen und ich fand relativ wenig stürze das war natürlich super weil es weil es trockene bedingungen hat genau und es ist am ende war es von vorne bis hinten spannend weil dann doch am ende die gruppe van der polen so doch wieder zu einer gruppe wurden und dann ist der der dillen van baale der hat dann letztendlich gewonnen in neos also in dem fall natürlich jetzt in neos war in einem prinzip wenn man jetzt so sagen will die verlierer des letztmaligen rennen genau umso schöner die eigentlich ja auch schon letztes letztes mal wenn der der schleicher nicht gewesen wäre wahrscheinlich den sie eingefahren hätten und man wir wissen ja auch durch jan niklas dass das was bei in neos im hintergrund passiert haben wir ja auch viele infos bekommen dass die ja wirklich sich so exakt auf dieses rennen vorbereiten und das auch und man die sind das sind auch die die diese lücke bei dieser windkante am anfang aufgefahren haben das war in neos die die initiative ergriffen haben gesagt hier wir machen jetzt mal richtig vollgas vorne und das ist natürlich auch schön wenn eine mannschaft dann am ende belohnt wird und ja von art glaube ich zweiter geworden dann im sprint das heißt der sah unterwegs gar nicht gut aus im wald von ahrenberg war der relativ weit abgehängt und die die moderatoren haben auch schon gesagt mensch der sieht nicht so fit aus wie sonst der kommt ja auch aus einer aus einer karantäne und corona infektion raus irgendwie weiß nicht wann er die jetzt genau hatte aber ich habe das nur so am rande mitbekommen dass er jetzt dass sein erstes rennen wieder war und dann am ende da doch in anführungsstrichen fast erster zu werden wenn nicht einer vorne weg gesprungen wäre bei wald von art interessiert mich dieses jahr brennend welchen reifen er gefahren ist weiß ich nicht ich denke auch nicht dass du es jetzt weißt weil da würde mich interessieren ob er seine reifenwahl geändert hat vom letzten paris rubel zu diesen dubus sind sie glaube ich viele gefahren was ich so gesehen habe aber gar nicht so die detaillierten infos ich weiß halt dass das ich schätze ich konnte nicht erkennen welche welche felgen in eos gefahren ist ob es wirklich die princeton waren oder irgendwas anderes es waren nicht die gewählten meines wissens wenn war wenn es princeton war muss es irgendwas normales design gewesen sein ich habe gesagt habe keine weiteren details konti konti reifen weiß ich dass in neos die mit der braunen seitenwand übrigens alle alle braune seitenwand konti gefahren und keiner und nichts nach außen gedrungen welchen reifendruck und so haben die da gab es immer mal wieder bei mir gab ärger nach unserem podcast also es sind so wie die 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 moderatoren haben immer mal wieder gesprochen der eine oder andere hat es gesagt der andere nicht es waren immer so viereinhalb bar im gespräch bei den meisten sind so rum die viereinhalb bar gefahren ganz ich glaube einige auch 32 millimeter ganz viel 30 millimeter 28 gar nicht glaube ich also auch spannend und ja wieder konti gewonnen ganz interessant aber mit dem gänsefüßchen dass auch viele in die ausfahrer und ich glaube auch der weiß ich gar nicht ob der dylan van baal oder auf jeden fall ne dieser andere dieser der philippo ganna der war ja glaube ich für den sie eigentlich gefahren sind genau der hatte zweimal reifenschaden auch wieder also es ist auch am ende des tages ein bisschen lotteriespiel selbst wenn du einen der besten reifen fährst kannst du trotzdem platten haben zur ehrenrettung auch noch mal gesagt aber reifenschäden bei paris robet das ist das rennen für die reifenschäden egal ob jetzt tubeless oder mit schlauch oder naja oder tubular also schlauch reifen mit schlauch fährt da ja keiner also wenn dann tubular aber es hat hat wieder spaß gemacht sich anzugucken und tatsächlich wäre fünf minuten zusammenfassung wäre es nicht gewesen diese nummer zu gucken also ich bin dann dran geblieben als ich gesehen habe die gruppen sind auseinander gesprengt und dann wieder das war wirklich war wirklich ultra spannend dann auf einmal ist ja auch eine tour de france etappe du guckst eine tour de france etappe flache etappe guckst ja meistens den sprint am ende es sei denn du hast irgendwo einen windkantenwind oder du hast halt einen berg drin wie so ein galibier ja ja klar bergetappen guckt man schon mal länger aber diese flache etappen normalerweise sind ja langweilig also es war war wieder spannend nur eben keine vier stunden sendung die wir jetzt wieder aber beide männer wie frauen sind letztendlich 20 30 kilometer vor dem ziel ausgerissen und dann haben sie das nach hause gefahren also ich hatte jetzt hier bei den frauen glaube ich waren sogar 30 kilometer kann sein und finde ich ja schon krass also 20 30 kilometer alleine da vorne weg zu fahren aber was ein bisschen komisches gefühl war dass jetzt schon wieder rubé war nachdem es ja gerade erst vorbei war also es war das ist tatsächlich ein bisschen komisch wenn das oktober jetzt also die vorfreude war geringer weil es jetzt so schnell wieder kam also das ist schon gut wenn das dann nächstes jahr es war zum falschen zeitpunkt für mich dieses jahr und sie haben das eine woche verschoben wegen den präsidentschaftswahlen in frankreich ja ja krass das ist auch krass ne dass ein radrennen wegen präsidentschaftswahlen verschoben wird noch mal eine woche gut dann habe ich einiges zu erzählen aus meinem urlaub weil ich da auch mein fahrrad mit hatte was allerdings jetzt eigentlich nur nebenschauplatz war also ich bin nicht vier rad gefahren war eher familienurlaub ein bisschen strandurlaub auch mehr oder weniger in portugal und ja berichtenswert deshalb weil es halt einfach ja ich war das erste mal da und weil es halt echt ein schönes land ist warst du schon mal in portugal also ich mich hat es nachhaltig beeindruckt wobei wir natürlich jetzt auch war sogar vom servilo test team in portugal ja mit gerafum ok cool ja kannst ja gleich noch mal erzählen also ich fand es halt wirklich super entspannt wir waren natürlich schon in so einem touristischen bereich da aber der war natürlich deshalb entspannt weil wir in der pre-season also kurz vor ostern also die woche später wurde es dann auch schon voller haben wir gemerkt dadurch waren die strände nicht so voll und hat er so verlassene strände richtig schön und das hinterland fand ich halt ist extrem schön muss ich sagen also ruhig auch verkehrsarm und wo wart ihr denn bei nähe von faro war das aber ich habe es komplett vergessen da sind das ist das ist da sind wir auch also faro gelandet und dann in die algarve unten also ich erinnere mich an meinen aufenthalt das war halt ein eigentlich ein golf hotel in dem wir waren ja ja golf ist krass die sind alle da golf mäßig total verrückt genau und dann war dieses hotel belegt mit 50 50 ja also es war 50 prozent extrem golf 50 prozent waren extrem radfahren und die eine gruppe hat die anderen gebashed also hat sich lustig gemacht also die golfer haben sich massiv über diese leikra tragenden radfahrer lustig gemacht und die radfahrer haben sich massiv über die posierenden golfer lustig gemacht und ja das war warum erzähle ich das eigentlich also das war der urlaub mit denen ich nicht urlaub sondern das war und ihr habt da testfahrten gemacht genau wir haben da testfahrten gemacht aber dann auch im hinterland ja ja genau das kann ich bestätigen es ist ein schönes land zum radfahren gar keine frage ja also es war war das ist das war tatsächlich auch was golf plätze ohne ende wir selber hatten irgendwie ein relativ einfaches hotel und hatten da so ein kleines häuschen gemietet also ein kleines appartement so allein die das war dann mit auf diesem hotel gelände so dass wir die hotel infrastruktur so ein bisschen mit benutzen konnten und sind so ein einfaches einfaches hotel aber auch da war es so jeden morgen hast du gesehen nach dem frühstück haben die alle mit ihren golf bags sich mit zum bus abholen lassen zu den plätzen und dann habe ich ein anderes hotel wo freunde von uns waren eher so ein luxus resort da bin sind wir dann mal irgendwie haben wir uns getroffen und durch zufall dass die das durch zufall zur gleichen zeit unterwegs waren dann die so einen riesen hotel komplex da haben die im hotel komplex selber irgendwie diese ganzen bumper und so sachen wo du patten üben konntest oder oder wo du üben konntest diese diese aus diesen sandlöchern wieder rauszuschlagen ich habe ja gar keine ahnung vom golf aber das scheint da ganz groß zu sein golf störche und ich war dann als einziger radfahrer unterwegs zumindest zu der zeit in ingos ergebnis von portugal reise ja ja golf störche ein bisschen das war wirklich krass dass da teilweise fast wie so farben waren wo lauter störchennester unterwegs waren also wirklich hat man mir irgendwie jetzt so gesagt dass die die störche zu faul sind weiter nach afrika zu fliegen und dann da überwintern was man in seinem podcast alles so wert die sind zu faul also faule störche ja also fangen wir mal an ich habe wie gesagt bin habe man wieder mit der evo evo bike back pro mit dem open upper bin ich gefahren mit den zip laufradsätzen mit 28 mm tubeless reifen die ich sonst im mind fahre die habe ich ins upper reingespannt einfach um da rennrad zu fahren aber auch ja der ist ja so ein bisschen gravel tauglich ist der ja auch da komme ich auch gleich noch mal darauf zurück dass er richtig gravel tauglich ist überraschenderweise und tatsächlich in der evo bike back pro habe ich jetzt mal ausprobiert die pedale gar nicht abzumachen funktioniert auch ist auch alles heile angekommen ich habe auch also ich habe auch wirklich das liegt natürlich daran dass du auch mega faul bist genau ich habe jetzt wirklich mal du bist mega faul aber fürs rad einpacken rad einpacken habe ich null wog also das war und die die evo bike back pro die habe ich jetzt schon auf vier fünf flugreisen mitgehabt und bisher ist bis jetzt ist mein rad heile geblieben und diesmal habe ich auch nicht den den der schaltwerk habe ich nicht abgeschraubt hinten dran gelassen ich habe die pedale dran gelassen habe also wirklich nur noch laufräder raus und sattel raus und habe gesagt okay das muss jetzt mal ausprobiert werden ob das klappt und war gar kein problem also sowohl hin und rückreise alle seile angekommen wenn man ein bisschen vorsichtiger sein möchte muss man natürlich die pedale rausnehmen und ist immer gut das schaltwerk abzumachen ist hat es aber ein zweites schaltauge mit ja das habe ich immer dabei ja weil das wäre ja immer noch der notanker ja aber es ist tatsächlich so du hast eigentlich da muss schon richtig hinten wumms drauf kommen unten ist ja so ein bisschen hartschale der ist ja in der mitte weich dann ist da noch so ein abstandshalter drin gibt es ja ein video von mir vor zu der back aber das scheint alles stabil genug zu sein und ich wollte es jetzt einfach mal machen einfach wirklich die einfachste variante ich habe aber zehn minuten einpackzeit ja ja genau das ist immer super und außen ich habe aber immer noch die die regentonnen deckel die mache ich immer noch rechts und links an die laufräder versteht nicht jeder hier also wer es noch nicht weiß dem erzählen wir es auch nicht nein also wenn man es gibt einen trick wenn man aus dem baumarkt die großen regentonnen davon den deckel nimmt und den muss man leider so ein bisschen kleiner schnitzen an der seite und dann passt der genau um so in so eine laufradtasche rein dann verstärkt das noch mal die laufradtasche dann hat man tatsächlich eine außen geschützte laufradtasche vier euro das kostet im schnitt der regentonnen genau jetzt kommt aber der witzige teil oder was ich gemacht habe ich habe sowohl in meinen koffer den ich aufgegeben habe als auch in den fahrradkoffer airtags jetzt reingelegt das war geil weil ich habe dann während des fluges oben mobilfunk angeschaltet und habe mal geguckt ob die noch da sind nein habe ich natürlich nicht aber der der airtag funktioniert tatsächlich direkt nach der landung mobilfunk eingeschaltet geguckt ob die koffer mitgekommen sind oder beziehungsweise vor abflug habe ich vor abflug habe ich es tatsächlich vergessen aber bei der landung habe ich dann tatsächlich gucken können und dann steht schon ja zuletzt gesehen hannover airport oder langen hagen in diesem umkreis also du siehst sofort ob deine koffer mit angekommen sind das ist geil einfach braucht man vielleicht nicht und bei so einem direktflug passiert sowieso ja meistens nichts das nicht dass das rad nicht mitkommt aber es gibt so dieses gute gefühl okay insbesondere beim rückflug gibt es das gute gefühl ja ich habe den koffer schon gesehen weil er kam irgendwie als letztes raus mein mein fahrradkoffer wo ich gesagt habe okay wenn ich da jetzt gestanden hätte und nicht die info hätte dann kriegst du ja irgendwie schon irgendwann also nach einer viertel stunde quizfrage wäre jetzt gewesen die mir spontan hier einfällt ist und du hast gesehen dein koffer ist in hannover definitiv mit gelandet ja aber er kommt nicht raus aus dem band auch nicht als letzter und du stehst da noch eine viertel stunde hast noch die hoffnung er kommt aber nicht was machst du dann sagst du mein koffer ist verloren aber ich weiß er ist in hannover ja ja das hättest du gesagt würde würde ich zum fundbüro gehen und sagen hier ich habe den auf dem handy gesehen er ist hier mit gelandet er muss hier sein wir müssen jetzt durchs ganze flughafengebäude ich gebe ihnen entweder sie ich gebe ihnen mein handy und sie gehen wenn ich nicht darf glaubst doch nicht im ernst dass jemand mit deinem handy durch dieses unterirdische koffertransport system latschen wird und guckt wo der koffer hängt das weiß ich eben das macht doch keiner muss man mal ausprobieren aber das wäre ja zumindest mein ansatz zu sagen naja ich habe es hier gesehen dass es gelandet ist es muss hier irgendwo sein selbst wenn es keiner macht wenn es irgendwo im flughafen hannover ist dann muss es ja irgendwo im funkbüro immer abgegeben werden es sei denn es klaut wirklich einer es gibt da irgendwo ein hintertürchen wo es einer wegklauen kann das weiß ich nicht das ist natürlich immer noch ein restrisiko aber da bin ich mir auch relativ sicher dass der flughafen hoffentlich so abgesichert ist dass da jetzt nicht einer mit dem fahrrad einfach von den mitarbeitern raus marschieren kann weiß ich nicht keine ahnung also kann man ja dann auch weiß nicht wie kooperativ die sind da aber es ist zumindest so dass man noch eine chance hat also ist zumindest mal ein schöner punkt hier in dem podcast dass du die texte rein gemacht hast toll ja ich weiß auch gar nicht ich bin gerade mal so auf die idee gekommen obwohl es ja eigentlich das weiß ich nicht ob du auf die idee schon gekommen bist bin ich schon ich habe es aber vergessen also okay aber auf die idee bin ich ja damals schon gekommen als die airtags auf den markt kamen sei es ja genial ja und dann vergisst man das aber wie also wichtig ist dass der airtag in den autos ist also ich habe ja das hast du schon erzählt dass dein autos wieder finden muss ja nein aber die finde ich jetzt ja erst rein das war so also wirklich an beiden flughäfen auch in faro sofort handy ein und ich weiß nicht ob sich jetzt mein handy mit den airtags unten in dieser ladekabine verbunden haben oder ob es irgendein anderes handy aus dem flieger war der es gefunden hat weil das wird ja das glaube ich das netzwerk getrackt also um gottes willen dieser podcast schweift total ab wenn du in der kabine sitzt durch den kabinenboden der der airtag ist ja das müsste ja mit dem zufall zu gehen dass er direkt unter dir ist und dann ist das ja auch alles noch so metallisch abgeschirmt aber ich habe es gesehen als ich noch im flieger saß das ist ja krass das heißt es muss sich mit irgendeinem iphone 12 und höher glaube ich geht auch glaube ich nur der iphone 11 und höher geht glaube ich nur muss im flieger gesessen haben der es der dieses netzwerk dieses airtag netzwerk benutzt hat und da muss es das ich glaube auch nicht dass man das selber sehen kann ob es ein anderes handy gesehen hat oder das eigene krass hat aber super spaß gemacht also das ist ein highlight des urlaubes das hat man jetzt ja schon im podcast raus spaß gemacht hat naja und dann habe ich einen kleinen vlog gedreht bin zweimal rad gefahren nur wie gesagt war primär war es familienurlaub und durch diese neue entspanntheit habe ich auch gesagt entweder ich fahrrad oder ich fahr nicht rad aber es war sowieso gebucht es ist ja auch mein highlight die neue entspanntheit ja ja nennen dem podcast doch unsere neue entspanntheit die neue entspanntheit muss ich mir auch schreiben hier und also wenn es als titel nehmen willst dann dann ist das der titel wenn es nicht als titel nehmen willst dann nehmen wir das als codewort ja beides ach nee entspannt nur entspanntheit sonst wird zu lang entspanntheit nennen wir den okay vielleicht vielleicht fällt mir noch was besseres ein wir gucken mal ja und dann habe ich eine fahrt gemacht ohne videodreh einfach so eine kurze fahrt wo ich ein zwei stunden abends noch zeit hatte ein bisschen durchs hinterland das das war schon schön und dann war das highlight für mich richtung manchig zu fahren wenn man also ich spreche es so aus französisch wahrscheinlich heißt es monchig oder was auch immer wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen keine ahnung aber das hatte ich mir schon so ausgeguckt als tagestour genau und das sind einige bilder seht ihr im hintergrund einige lustige bilder seht ihr die ich irgendwo lustig fand mit fischen und komischen augen an wänder gemalt und ihr seht auch ein paar fahrrad bilder wenn ihr jetzt hier bei youtube zuguckt und ja kommst du denn tatsächlich von meereshöhe über 35 kilometer fährst du so durchs hinterland hoch auf 900 meter höhe da sind dann viele fernsehmasten also es wird in touristen führern als hässlich beschrieben ich finde das ja immer super geil wenn oben auf bergen viele radartürme und irgendwelche fernsehmasten stehen also ich finde das ja immer irgendwie ganz cool aber in den den führern in den reiseführern steht drin ja ist jetzt nicht so schön ich fand es sehr geil war auch oben so eine statue mit zum mit zum rennradfahrer inklusive helm so aus metall gemacht also und war einfach ein schöner anstieg so ein bisschen wie auf sardinien zumindest in der nebensaison als ich immer da war sardinien bin ich ja im herbst gewesen auch total autofrei fast keine autos gesehen im hinterland und dann haben aber leute in den kommentaren schrieben ja fahren wir im april hin alles voller motorradfahrer also jetzt war es so im april in portugal waren keine motorradfahrer vielleicht sind die alle im herbst da dann keine ahnung aber es war halt zumindest in dieser jahreszeit extrem ja war nichts los den berg hoch gefahren richtig schöne strecke ohne autos ist richtig grün im hinterland also hätte ich jetzt für portugal auch nicht gedacht das kann natürlich sein dass es im herz herbst dann alles karg aussieht nach dem sommer aber da jetzt zu der zeit war alles richtig schön grün und ja kommst dann nach mon chic rein dann ist da dieses ist da so ein café nennt sich velo chic also auch schön gemacht das musste ich im video ein bisschen faken das verrate ich aber nur hier die die das video am sonntag sehen die kriegen das vielleicht gar nicht mit weil ich war gar nicht in diesem café ich hatte ich hatte tatsächlich meine maske irgendwie vergessen und da war noch maskenpflicht richtig und bin dann oben in diesem café angekommen draußen hätte ich mich hinsetzen können aber war alles voll und dann habe ich halt ein paar aufnahmen da nur von dem café von außen gemacht und dann bin ich aber mit der familie irgendwann mit dem auto noch mal hingefahren und habe die habe gesagt jetzt aber hatte ich nur mein iphone dabei bin mit dem iphone noch mal reingegangen habe die kuchentheke gefilmt habe den die haben so einen kleinen verkaufsraum aber ist doch erst rein ja ja und habe das dann reingeschnitten habe so getan als wäre ich bei der mon chic park da kaffee trinken gewesen ja aber das das ist ja super clever von dir das ist ja das ist okay aber das verrate ich natürlich keinem dass das fake war also während der fahrt bin ich dann nicht kaffee trinken habe dann nicht nur kurz hingesetzt bin weitergefahren aber richtig richtig witzig und da könnt ihr euch auch darauf freuen die haben schönen schöne bicycle nene cyclist definition haben seiner wand stehen gehabt die habe ich abgefilmt cyclist noun und dann steht da ein schöner satz den ich jetzt nicht aufsagen werde habe ich sowieso nicht im kopf aber der kommt im video vor dann richtig geil gemacht und da hat man dann auch gesehen das scheint ein ausflugsziel für fahrradfahrer zu sein nur wahrscheinlich auch zu der jahreszeit noch nicht also ich habe vielleicht ein zwei drei rennradfahrer während der gesamten fahrt gesehen eigentlich ganz positiv dass man nicht so viele hat ja ich glaube aber dass es dann im sommer schon mehr ist und irgendeiner hat in kommentar bei straver auch geschrieben dass es da wohl verleihe gibt dann und so im sommer fahren da dann wohl mehr rum und ja einfach schöne strecken straßenverhältnisse okay ich bin bewusst mit den 28 millimeter reifen weil ich dachte na gut da habe ich die bauen ja so auf 30 millimeter auf habe ich ein bisschen mehr komfort wenn die straßen schlecht sind war aber eigentlich ja war jetzt wenn man die schlechten also deutschland hat ja auch keine guten straßen mehr also es ist halt jetzt nicht ist halt straße wie es immer ist manchmal ist es mal besser mal schlechter und bin dann oben auf dem berg gelandet da war es dann auch relativ kühl hätte man eigentlich eine windjacke eher schon mal mitnehmen können aber war jetzt okay für mich an dem tag bergab bin ich eine nebenstrecke gefahren habe auch hinterher noch mal bei kommentar nachgeguckt dass meine gesamte strecke nur aus straßenbelag hier zieht man das im hintergrund das velocic richtig cool und sollte alte alles asphaltiert sein diese abfahrt dann bin ich aber auch wirklich also schlechter asphalt wirklich so ein bisschen ja wo so ein auto durchpasst also wirklich eine schöne nebenstrecke bergab hat richtig hat auch richtig bock gebracht und dann bin ich wirklich in in ich würde mal sagen 10 15 kilometer muss sich schotter bergab fahren und es ist nicht so hier mittellandkanal da ist da waldautobahn schotter also es ist schon so eine breite straße wo auch autos lange lang fahren können aber auch mit rillen und und dicken stein und sonst hättest du dir doch lieber 32 millimeter gewünscht nee das wäre ich wäre schon so ein 40 millimeter ding eigentlich also es war wenn du das runterballern willst musst du eigentlich schon 40 fahren oder am besten mit dem weit mit den dicken reifen also so ein bisschen vielleicht kann man es vergleichen wie vielleicht nicht ganz so schlimm aber wie la palma wo wir oben auf dem kamm gravel fahren also es ist schon so ein bisschen wo du sagst okay mit rennrad willst es eigentlich nicht aber du hast keine panne bekommen ich habe es ich bin es gefahren und langsam dann oft bergauf hoch war es unkritisch bergab habe ich dann wirklich mich runter gebremst und muss es halt immer aufpassen dass du nicht in irgendwelche bild ever ja das war irgendwo eine hauswand gemalt richtig geil weil die ja das sieht keiner also die die jetzt zuhören müssen dann bei youtube gucken bei youtube das geht ja schnell einmal die slideshow durchgucken da ist so ein älterer mann auf eine wand gemalt und witzigerweise der hat natürlich viele falten aber die wand hat auch falten und ganz viele risse das fand ich halt ganz witzig also ich habe hier so ein paar lustige bilder auch im hintergrund oder alles fotografiert mit rico genau erzähle ich gleich ne also es ist erstaunlicherweise und das ist das was ich dann wieder richtig geil fand mit den 28 millimeter kontis da den gravel 10 kilometer hat alles gehalten und war ich ja hätte wahrscheinlich auch schief gehen können vielleicht war es auch einfach glückssache aber war ich schon ziemlich begeistert von und es ist ja sowieso einer meiner lieblings laufradsatz also so fahre ich es auch im mind bin ich jetzt am wochenende mit dem mind gefahren 28 millimeter zum stein oder mehr schön single trails und sonst wie also die kombi funktioniert super leicht rennrad mäßig aber wenn du landest mal auf gravel ist es auch nicht schlimm das ist ja die die quintessenz nicht absichtlich vielleicht da rein fahren aber du hast wirklich da wo ich dachte was machst du jetzt meine hoffnung war natürlich weil komoot das ist da weiß ich jetzt nicht da sind wir open street map portugal weiß ich nicht wie das da gepflegt ist da wird ja ist ja der datenpunkt her meine hoffnung war ja natürlich die ganze zeit ja gut das geht jetzt ein kilometer so und dann kommt der asphalt wieder vielleicht haben sie da irgendwie was aufgeschüttet sonst wie aber das ging immer weiter und dann je weiter du bergab gefahren bist war ja auch kein weg mehr zurück kannst ja nicht sagen ja fahre ich wieder berg hoch also freut euch drauf fürs video war es jedenfalls super ich stand da erst mal im gravel und habe gesagt was ist denn jetzt hier passiert die bilder die jetzt wenn ihr bei youtube zuguckt und die ich auch während der fahrt gemacht habe es gibt eine neue rico gr3 mit dem kleinen zusatz x rico gr3 habe ich ja schon öfter erzählt das ist ja so meine fotokamera die ich immer im urlaub genommen habe 28 mm weitwinkel und irgendwann letztes jahr ohne dass ich es gemerkt habe hat rico eine neue kamera auf den markt gebracht die gleiche kamera wie vorher nur mit einem anderen objektiv einem 40 mm objektiv ich selber bin ein freund von 35 mm immer gewesen 40 mm ist ja ähnlich noch das heißt man hat es mit 40 mm ist man eigentlich sehr sehr nah dran oder wenn nicht am nächsten dran an diesem normalen blickfeld wie man guckt mit dem nachteil dass ich natürlich wenn ich jetzt mein fahrrad ganz drauf und hintergrund und zu nah dran stehe kriege ich das mit 40 mm nicht mehr ganz drauf weil mir der weitwinkel fehlt gegenüber 28 mm wenn du jetzt mit dem iphone fotografierst hast du immer ein bisschen mehr weitwinkel aber ich mag diese 40 mm sehr weil das so diesen blickwinkel ist das ist so gerade für die sachen so street fotografie so ein bisschen unterwegs sein richtig cool habe ich mich richtig gefreut dass es da diese kamera mit diesem etwas für mich etwas besseren objektiv gibt also vielleicht auch den tipp nach draußen und damit sind halt auch diese ganzen bilder entstanden die im hintergrund jetzt durchlaufen das nur mal so ganz nebenbei also das und dann habe ich auch das video gedreht wenn ihr das jetzt seht ist auch das erste video was ich jetzt mit der hero 10 gedreht habe statt hero 9 und der einzige vorteil den man da hat ist dass man jetzt so ein bisschen mit zeitlupe drehen kann also 4k mit 100 frames also ist auch im video ab und zu mal gesehen können wenn er darauf achtet ist vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen die hero 10 da einfach mal zu sehen was diese zeitlupe hergibt hat aber natürlich ein extremes akku problem sobald du damit diesen 100 frames filmst also die hero 10 habe ich das gefühl frisst mehr akku als die neuner ich bin jetzt habe jetzt mir mal testweise diese neuen akkus von gopro die gibt jetzt akkus die ein bisschen länger laufen sollen habe ich aber nicht getestet genau also akkus sind die gleichen aber es gibt jetzt ein akku der ein bisschen mehr kapazität hat das muss ich mal testen also es war tatsächlich ein bisschen ärgerlich dass ich irgendwo gesehen habe akku liegt bei 30 40 prozent aber die kamera ausgegangen ist da glaube ich dass da irgendwo ja entweder war es irgendwie ein problem mit meinem akku dass der vielleicht schon zu alt ist weil die habe ich aus der neuen aber da habe ich schon ein zwei jahre im einsatz vielleicht sind die auch mal leer gelaufen oder müssen jetzt noch einmal end und wieder geladen werden aber das war schon ein bisschen doof dass ich dass ich da die akkus du hast ja auch probleme mit den akkus jetzt im winter aber da war es die kälte so kalt war es jetzt da in portugal nicht also das war dann nicht auch ein bisschen genervt und dann noch habe ich ein zweites video gedreht vor ort die über die vertex 2 mit der routenplanung mit komod habe ich mich wirklich hingesetzt mich und und das ist vielleicht auch was was ich hier im podcast noch mal erzählen kann routenplanung fürs laufen ist doch irgendwie anders als routenplanung fürs radfahren also ich 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 mache mir zum beispiel jetzt für 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 um die laufstrecke zu planen das war bei uns am strand da gab es einmal einmal einen weg über über so über so ein laufsteg also so eine holz holz laufsteg und einmal natürlich kannst auch unten direkt am strand laufen das zu unterscheiden kannst du aber nicht über die normale karte sondern du musst dann und das das habe ich dann gemacht heißt es nicht off grid kann sein dass da irgendwas steht aber sonst aber das was was mir viel mehr geholfen hat ist den satelliten einzuschalten und zu gucken weil ich ja wirklich an an so felscliffs lang gelaufen bin um dann wirklich über den satelliten zu gucken na wie sieht denn die beschaffenheit da aus laufe ich da lang oder lieber doch nicht und dann konnte ich auch genau sehen ah der strich ist auf dem strand und der strich ist nicht auf dem strand also das ist für mich einer der wichtigsten conclusions plane ich eine strecke wo ich mich nicht auskenne zum laufen wo es jetzt nicht wirklich offensichtliche straßen gibt mache ich vielleicht den satelliten mal hätte ich vielleicht bei der radstrecke auch machen können wäre ich vielleicht nicht in diesem gravel reingelaufen aber das war so unerwartet hast du das in dem erklärvideo ja ja da habe ich ja weil dann das video brauchen jetzt muss schnell das video hochladen ja ja es ist jetzt fast fertig habe ich gestern noch mal ein bisschen weiter geschnitten und da geht es also das video ist wirklich einmal am bildschirm wie habe ich meine laufstrecke geplant aber das finde ich wirklich also das fände ich ein wichtiger fände ich eine wichtige funktion genau nicht toll ja also ich habe es also das video gibt von a bis z komoot dann der der was war jetzt das zweite war dann also einmal wie wie plan ich es wie gucke ich mir das genau an mit mit satellitenfunktion dann das zweite wie kriege ich es erstmal auf die uhr natürlich das ist ein wichtiger punkt weil es gar nicht so schwer geht weil komoot jetzt direkt mit vertix verbunden ist wollte ich gerade sagen dass es jetzt integriert dann einen dritten punkt den ich wichtig finde was mich weiß ich nicht ob das jetzt nur ein vertix ding ist oder oder doch eigentlich habe ich es oft bei garmin auch in erinnerung beim radfahren willst du ja immer die karte in richtung der fahrtrichtung haben das heißt ich fahre geradeaus und die und biege rechts ab und die karte dreht sich mit und ich weiß nächste links nächste rechts und so weiter im auto macht man es eigentlich auch so ganz selten dass einer navigiert karte nordweisend beim laufen ist das gar nicht so schön weil beim laufen die uhr ja immer mal so also immer mal seitlich getragen wird dann machst hältst du die uhr vor deiner nase um zu gucken um zu navigieren und dann braucht die ja ein bisschen weil du ja langsam unterwegs bist bist der bis der pfeil dann sozusagen oder die karte sich gedreht hat ich weiß genau was das heißt also es ist tatsächlich so beim wandern und laufen bist du eigentlich selber zu langsam ist übrigens auch beim iphone so du hast das iphone in der hand da gibt es ja auch so ein blickwinkel in welche richtung das wissen ja schon viele leute die beim iphone oder beim beim handy nehmen wir nicht iphone auch beim normalen handy dann bei google in der city sagen zeig mir den fußweg zu genau der und der stelle und wenn du das handy dann zu hektisch drehst oder so dann weißt du gar nicht mehr in welche richtung du gehen da musst du erst mal fünf meter gehen und dann merkst du erst ob du falsch rum gehst oder nicht und das gleiche hast du bei gp das ist einfach ein technisch technisches problem das heißt dass du auch das heißt du brauchst ein bisschen bis die karte sich ausrichtet und jetzt habe ich für mich festgestellt der die lösung ist die karte eben nordweisen deswegen sagte ich das ist gut dass du das in dem podcast sagst aber auf das video bin ich gespannt genau ja aber viele gucken das video ja gar nicht deswegen auch hier noch mal jetzt mache ich mal werbung für dieses video das ist ja auch das was für mich sehr brennend wichtig ist denn ich nutze die navigierfunktion jetzt nicht zum laufen hoffentlich demnächst mal wieder aber ich nutze es ja zum wandern genau also es ist tatsächlich so nordweisen hat sich ist erst und das ist tatsächlich auch gehirntechnisch ja auch nur deshalb möglich weil ich langsamer bin habe ich ja auch mehr zeit mich in die karte rein zu denken absolut im auto wenn ich jetzt eine nordweisende karte habe und ich soll da eine halbe halbe minute drauf gucken oder oder zehn sekunden drauf gucken habe ich zehn sekunden nicht auf den verkehr geachtet fahrrad genau das gleiche hier habe ich die zeit und kann drauf gucken habe aber trotzdem natürlich das problem dass dieser blaue pfeil trotzdem nicht in die richtung zeigt wo ich hinlaufe das heißt ich muss ein bisschen mehr denken habe aber auch die zeit dazu also bin ich gespannt was was andere dazu sagen also ob das für den einen oder anderen geht oder der andere sagt nee das geht gar nicht ich kann kommen da nicht mit zurecht mit einer nordweisen fahrbar für mich karte aber für mich war das am ende die lösung und das sind vielleicht auch die beiden einzigen dinge die ich jetzt hier schon mal im podcast anteasern kann ansonsten sieht man eigentlich lohnt sich das video alleine schon deshalb weil ich tatsächlich durch diese geile felsen landschaft laufe und richtig kraxeln muss hoch runter sind auch schöne aufnahmen geworden das hat auch spaß gemacht auch mit der gopro 10 gefilmt ich habe auch mit der insta insta go 2 heißt sie glaube ich die habe ich am mit per mit magnet unterm pulli gehabt aber das war zu wackelig das hat nicht funktioniert die muss man wahrscheinlich an der schirmmütze befestigen also die sieht man kurz nur in der kamera wie sie eingeblendet ist ne also das das war ganz cool also so viel zu portugal ist definitiv für radsportler eine reise wert schön für die familie und auch für den auch für mich da direkt am strand zu sein wir sind da baden gegangen dass das meer hatte so glaube ich so 15 16 grad aber es hat so einen bock gebracht in den wellen wir sind da 20 30 minuten drin geblieben trotz kälte also es hat richtig richtig spaß gemacht atlantik halt also landschaft sie landschaftlich toll was ich mir vorstellen kann weil ich habe die satelliten fotos ja in meiner planung gesehen die stammten aus dem sommer da ist der strand dann schon voll mit liegen und leuten und sonst wie das war jetzt halt menschenleer das war halt natürlich richtig cool okay gehen wir weiter kurzes kleines anderes thema wo wir schon bei fahrrad tachos und uhren und so weiter sind ich habe jetzt mittlerweile den igs 320 tacho von igp sport getestet das ist mal richtig geil also den haben wir auch im sortiment endlich mal ein preispunkt der die leute begeistert ja ja der kann nicht alles aber der kann halt richtig richtig viel also der ig also igp sport die haben einen tacho der der nennt sich igs 320 der kostet halt einfach mal 70 euro und du kriegst für die 70 euro zumindest schon mal 70 stunden akkulaufzeit was sehr 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 beeindruckend ist was ich noch nicht testen konnte weil ich fahre jetzt momentan pendel damit jeden tag habe auch eine längere ausfahrt da gemacht der verliert einfach keinen balken diese akku anzeige und realisiert wird das ganze damit das ist so eine digital anzeige wie du sie früher vielleicht von der casio uhr kennst mit diesen mit diesen buchstaben also eigentlich am ende ist es ja eine wie nennt man das ja eigentlich früher hat man digital uhr gesagt früher hat man quarts anzeige gesagt genau quarts ja das ist es wahrscheinlich aber es ist eine ganz einfache quarts anzeige bedeutet alles ist vordefiniert das heißt es wird nicht wie jetzt bei einer beim beim wahu oder hier bei meiner vertex uhr oder so wird nicht jeder pixel einzeln also das sind ja 460 hier bei so einer uhr sind es glaube ich auch schon 600 mal 400 pixel die einzeln angesteuert werden und die das die dir irgendwas aufs display malen da ist es einfach so da gibt es halt vordefinierte felder die entweder an oder aus sind sichtbar sind oder unsichtbar das kennt ja jeder und dadurch wird halt viel viel energie gespart das interessante ist das zu paaren mit swart funktion also und das habe ich so noch nicht gesehen also das ist ja also es ist ein billiges display in anführungsstrichen eins was kaum verbraucht und dann haben sie aber gps eingebaut sie haben barometrischen höhenmesser eingebaut und du kannst per bluetooth dein handy koppeln um einstellung vorzunehmen und du kannst per bluetooth auch sensoren koppeln und das ist das ist eine kombination die ich echt cool finde da koppeln kannst du nur kadenz ein speed sensor dem musst du dann aber auch sagen welchen reifen umfang du fährst und was das andere puls das ist aber für alle die kein power meter benutzen ja schon alles was du brauchst ja und das ist halt ein gps gerät 70 euro ende genau das ist halt schon mal ziemlich cool und es ist gps ist ja wie gps halt so ist es ist halt genau also ich habe tatsächlich fahrten von große fahrten gemacht ich habe meinen pendelweg also diese zwölf kilometer die ich hier fahre alles perfekt und dadurch wird auch die geschwindigkeit gemessen das heißt du brauchst gar keinen speed sensor wenn du nicht haben willst es wird groß die uhrzeit eingeblendet wenn du keine sensoren gekoppelt hast das ist das einzige feld was sich dann ein bisschen ändert wo dann puls und trittfrequenz angezeigt wird in dem augenblick wo du das angeschlossen hast ansonsten fährst du ja hast du eine anzeige die nicht änderbar ist weil es eben vordefiniert ist also kannst jetzt nicht sagen ich mache mal das datenfeld dahin und das datenfeld dahin hast aber am ende temperatur ach so temperatursensor ist auch noch an bord uhrzeit temperatur wird immer oben in der status leiste eingeblendet das heißt das sind schon mal zwei datenfelder dann hast du immer die aktuelle geschwindigkeit die eingeblendet wird du hast die fahrtrichtung die eingeblendet wird das heißt es gibt sogar eine navigationsfunktion da komme ich gleich noch mal darauf zu ja kadenspuls wird 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 eingeblendet wenn du es gekoppelt hast wie viel kilometer und so weiter du hast am ende irgendwie kommen zehn datenfelder zusammen und drei verschiedene seiten auf der nächsten seite sind dann die durchschnittswerte auf der übernächsten seite hast du auch noch mal die gesamtkilometer die der tacho gelaufen hat und so weiter übrigens eine funktion die beim wahu fehlt macht ja die bedienung des tachos dann auch einfacher du brauchst dir keinen kopf machen wie du das machst es gibt diese drei vordefinierten seiten ende aus mickey maus kann sogar also piept sogar wenn du nachrichten kriegst oder wenn dich jemand anruft zeigt dir die nachrichten natürlich nicht an wenn jemand anrufst macht pp 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 wenn eine nachricht kommt macht es halt einfach piep abschalten weil es nervt weil du kriegst ein piep und weißt aber nicht was passiert ist wer dich anruft also das ist eine funktion die ich nicht unbedingt brauche und ja die akkulaufzeit ist cool und was halt der hammer ist du das ganze funktioniert mit einer bluetooth app also mit der igp sport app und hat sogar eine strafe anbindung das heißt du kannst mit diesem 70 euro ding auch alles einfach bei strafe hochpusten komod ist jetzt noch nicht dabei aber könntest du ja über umwege dann trotzdem da hochladen also du hast eigentlich alles was ein moderner smart computer oder modernes modernes moderner moderner fahrrad computer kann in diesem kleinen gerät bis auf power meter und halt individuelle datenfelder witzigerweise haben sie sogar eine navigationsfunktion wie machen sie da am ende so wie was von becker traffic pro aus dem auto von früher kennen die die jungen leute denken was ist das einfach per file darstellung ja aber das ist gar nicht so doof ja ich habe es jetzt auch mal ausprobiert jetzt hier auch noch mal auf dem auf dem weg also du kannst es meines erachtens nur in der stadt nutzen und du darfst keinen abzweig verpassen das heißt wenn du in abzweig verpasst hat kann er nicht wieder die weil du keinen rerouting hast also das becker traffic pro hat ja damals super funktioniert das war auch nur eine fall darstellung und dann steht da in 150 metern rechts abbiegen biegst du rechts ab ohne dass du jene karte gesehen hast unvorstellbar in heutigen zeiten eigentlich und wenn du nicht abbiegen konntest weil er gesperrt war oder sonst wie dann hat das hier hat das neu gerechnet hatte die karte sozusagen an bord und hat gesagt na gut dann fährst du halt die nächste rechts und dann wieder links und das kann das gerät nicht das kann das gerät nicht das heißt wenn du einen abzweig verpasst kannst du dir so ganz bisschen behelfen indem du einfach die also dann steht da weiterhin dann zählt es hoch aus 300 werden 400 500 600 meter du musst sehen dass es wieder runter zählt also du musst sehen dass du wieder irgendwie zurückkommst oder in die richtung kommst dass es runter zählt jetzt ist ja die quizfrage jetzt hast du die abfahrt verpasst oder kannst da nicht fahren weil baustelle ist du fährst weiter nimmst die nächste rechts weil du gefühlt hast ja ich muss grob wieder in die richtung kommen jetzt bist du wieder auf der strecke funktioniert dann wieder die ganze fallgeschichte ja ja also du dann ist es halb so schlimm wenn du die nächste rechts oder eine nächste rechts abfährst dann dann wird das ja erst mehr weil du dich verfahren hast und dann wird es wieder weniger dann werden wieder drei 200 dann geht es auf null und dann kommt wieder die ja fahr jetzt geradeaus und sonst wie und alle wenn du jetzt nur geradeaus fahren musst dann steht auch keine meteranzahl so ab 900 meter fängt er an zu sagen ja 900 metern bitte rechts abbiegen es ist so ich würde sagen es ist nicht ganz unbrauchbar aber es auch nicht dass wenn man wirklich navigieren will am fahrrad dann braucht man eigentlich diese braucht man garmin oder aber es ist ja auch ein anderer preispunkt also ist ja völlig okay aber es ist ich bin richtig begeistert also wenn wenn es als zweittacho für ein backup für ein everesting oder so ist das ja perfekt mit 70 stunden das perfekte gerät oder du hast wirklich eine ganz ganz lange reise über mehrere tage und willst ein backup haben oder also also alleine wegen dem preispunkt als backup finde ich es geil ich finde es als ideales zweitgerät jetzt zum pendeln wo ich sonst den wahoo immer dran geschraubt habe und sonst wie gucken musste dass ich den aufladen muss mit den 70 stunden dingen kann ich drei vier wochen am stück pendeln das ist ein sehr guter punkt für die leute die beim pendeln sowieso ihre strecke kennen die sie von arbeitstätte nach hause hin und her fahren also die brauchen ja keine karte und so die wollen vielleicht das einfach nur tracken und mit aufnehmen dafür ist es natürlich ein tolles also das ist dann so wie die ist so wie die wird so wie die wird so wie die vertex uhr der drei wochen kümmere ich mich nicht ums aufladen genau das und war damals schon als ich den das erste muster bekommen habe um zu entscheiden den job oft fand ich schon sehr cool jetzt wo ich mich befasst habe weil ich das video auch drehen möchte das wollte ich morgen aufnehmen je mehr mal je mehr ich fahre desto lieber gewinne ich das teil also weil man gewöhnt sich ja dann auch wo welche felder sind und so und richtig also richtig cool wahnsinn sehr gut ja dann haben wir fundstücke die wir im internet gefunden haben und zwar zwei große fundstücke ein also ein kleineren ein großen über den wir sprechen wollen fangen wir mal an mit den ja das ist wie bin ich da jetzt überhaupt drauf gekommen das ist mehr und du kannst ja erstmal erzählen worum es geht aber der auslöser war ja unser besuch in amsterdam wo wir drüber geredet haben mensch die tragen ja alle kein helm und diese ganzen seiten dann ist das wieder in unser bewusstsein gekommen habe diese gefährlichkeit mit mehr e-bikes und so jetzt musst du das aber richtig ankündigen was der bericht ist e-bikes in holland mehr und genau also es geht um e-bikes in holland ich überlege nur nach wo ich den link gefunden habe aber der ist mir irgendwo zugelaufen es geht darum es gibt es ist eine amerikanische webseite und da hat ich glaube der redakteur ist der kommt aus amsterdam auch und das ist theverge.com und da ist mir ist mir nur über den weg gelaufen du könntest übrigens verlinken auch ja ja natürlich verlinke ich das es ist mir über den weg gelaufen weil wir halt in amsterdam waren und die leute ohne helm gesehen haben und hier darüber gesprochen haben lang in unserem vorletzten podcast das ist mir ein ganz kleines bisschen noch erklären weil den podcast ja nicht jeder gesehen hat also wir waren in amsterdam haben da ein ein fahrradentwickler giraff rumen besucht und haben mit ihm drüber geredet über viele sachen und da er nun in amsterdam wohnt haben wir in amsterdam besucht und mit mit festgestellt wie krass das ist wie viele fahrradfahrer in amsterdam durch die gegend fahren aber eigentlich keiner einen helm trägt das war nur mal so da warum wieso weshalb ergründen wir jetzt hier nicht mehr aber darauf sind wir halt so in unserer reise gestolpert warum tragen die denn da alle keinen helm naja und dann kamen wir jetzt hier mit dem report den fand ich jetzt ja auch interessant da kannst du jetzt wieder einsteigen genau wie es dazu gekommen ist und deswegen fällt einem sowas auf auf einmal wahrscheinlich hätte ich es komplett überlesen wenn wir nicht da gewesen wäre genau und das interessante ist dass in in holland die e-bike unfallraten ja signifikant ansteigen also das wenn ich das jetzt richtig wo habe ich es denn jetzt stehen hier ja wir haben 18 prozent anteil wo haben wir das jetzt nochmal 6 und 3 wir haben so viel wir haben so viel zahlenwerk hier da kriegt man also 582 personen sind gestorben durch verkehrsunfälle genau und davon sind 207 mit normalen fahrrädern aber eben mittlerweile 80 davon mit e-bikes und dieser wert steigt halt an ja und wenn man die verletzungsrate angeht sind 36 prozent der leute e-biker das ist wohl das große problem was da momentan in holland passiert dass die e-biker oder dass das e-bike ja unfallversorsache nummer eins auf einmal wird oder im fahrradbereich signifikant ansteigende unfallzahlen durch das e-bike entstanden sind es ist klar dass es anteilmäßig mehr e-biker werden weil natürlich mehr verkauf werden genau weil natürlich auch anteilmäßig viel mehr e-biker jetzt im straßenverkehr sind als normale radfahrer aber dass diese zahlen halt dramatischer ansteigen und ist schon ist schon interessant auch in der hinsicht das e-bike fährt schneller und wir kamen drauf und das steht hier auch nochmal in dem bericht drin dass es ja auch so krass ist dass in holland die akzeptanz von helmen so niedrig ist das sind ja sachen die dazu führen und das ist zumindest mal eine erwähnung wert diesen report fand ich auch schon ziemlich ziemlich krass also muss ich ganz ehrlich sagen also finde den anteil an fahrrad der ist ja höher als der anteil an an auto genau also wir haben ja 207 auf normalen fahrrad und 80 und e-bike also 287 todesfälle mit fahrrad und 175 todesfälle mit auto das ist ja das ist ja krass also ja muss man erstmal schlucken tatsächlich dass die fahrradfahrer und natürlich wissen wir alle in diesem podcast natürlich umso mehr dass die fahrradfahrer wir haben uns ja immer schon wir wissen alle dass wir das schwächere glied sind im straßenverkehr das auto hat ja noch eine hülle drum rum und airbags und so ja der interessante fakt ist eigentlich dass insgesamt 22 das ist 22 also wie sage ich es jetzt wenig also 22 weniger tote gab insgesamt bei den radfahrern die zahl der e-biker aber gestiegen ist ja und der 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 die conclusion ist eigentlich das was er im letzten absatz schreibt also er ist selber er ist resident auf amsterdam also er wohnt da selber sieht er hat er selber gesehen wie die e-bikes den verkehr den radverkehr verändert haben weil auf einmal ähm ja er schreibt das so ganz nett das können wir nicht hier schon sagen in part due to due to the asshole factor in englisch kann man es vielleicht noch sagen ne also kleinpart spielt so ein bisschen vielleicht rücksichtslosigkeit können wir es mal auf deutsch übersetzen sehr schön übersetzt von dir und dann sagt er halt das das große problem was man hat ist jetzt die die geschwindigkeit ja die geschwindigkeit beziehungsweise die der größere unterschied an geschwindigkeit während früher alle ungefähr gleich schnell gefahren sind fahren jetzt einige viel schneller und andere sind langsamer und das führt wohl zu problemen die wir hier in deutschland gar nicht haben weil wir gar nicht so viele fahrräder auf der straße haben aber in in einem wirklich land wo ja fahrräder radfahrer sehr sehr sicher unterwegs sind weil die einfach die perfekte radfahrinfrastruktur haben ja man hat so eine schwarm geschwindigkeit genau man ist mit der geschwindigkeit der anderen unterwegs ja und das da ist tatsächlich das problem dass wohl einige wohl auch schneller als diese 25 kmh speed limit fahren können die e-bikes und dass da die probleme dann entstehen und er selber sagt auch noch mal es ist noch mal worth to mention dass dutch don't wear helmets not even children or älteren also nicht mal die kinder und die älteren und mit dem leichten also das scheint er auch hier so leicht zu kritisieren also ich wollte auf jeden fall diesen link euch nicht vor hinterhalten könnt ihr euch also ich verlinke das unten lest euch das selber mal durch ist hochinteressant nichtsdestotrotz ist die zahl an radfahrtoten gemessen an den vielen radfahrern die holland hat ja gar nicht so groß also das muss man ja auch immer noch dazu sagen aber sie haben halt am ende auch das muss man auch noch sagen 110.000 verletzte durch radfahrunfälle also bitte mal 110.000 verkehrsverletzte die ins krankenhaus kommen und davon sind zwei drittel dann trotzdem noch radfahrer das ist also auch viel finde ich ich weiß da beweise ich jetzt keine vergleichbare zeitzahl in deutschland was wir mal rausgesucht haben ist dass gegenüber holland mit 582 verkehrstoten haben wir in deutschland 2570 was ich für deutschland relativ klein finde weil ich glaube wir haben also ich würde auch sagen dass das relativ wenig weil wir zehnmal ich würde mal sagen ich weiß nicht wie viele einwohner in den niederlanden ich weiß auch nicht wir sind ja schon ein bisschen haben ja schon mehr einwohner und davon sind 18% radfahrer 14% fußgänger und ja du 30% glaube ich waren autos 9% e-bike 18% normale radfahrer 9% normales e-bike aber bei uns ist der autoanteil höher ja ja genau 997 im auto aber da merkst du natürlich auch wir sind eher das autoland nicht das fahrradland die niederlande ist dann vielleicht eher das fahrradland naja aber das ist natürlich eine problematik weil ich ja eigentlich tendiere ich ja zu der aussage dass diese 25 kmh beschränkung weg muss weil ich glaube dass das würde das natürlich widersprechen genau ich glaube aber auch die einzige Lösung die es gäbe ist Radwege zu reglementieren wie bei Autostraßen dass man sagt okay das ist ein Radweg da darf man maximal 20 fahren mit einem 20er Schild und das ist ein Radweg wo man vielleicht 40 fahren darf oder 30 35 keiner fährt 45 und dass man sagt okay wer schneller als 30 fährt muss halt auf die Straße und darf auch auf die Straße ich glaube dass das ist etwas was vielleicht in 20 30 Jahren dann Usus ist wenn wirklich der Radfahr die Radfahrinfrastruktur vielleicht mal ausgebaut ist auch in Deutschland oder in anderen Ländern weil das ist ja die Hoffnung dass wir irgendwann eine Radfahrinfrastruktur haben diese Radautobahnen werden jetzt ja auch gebaut ich glaube hier in Hannover auch teilweise Mittellandkanal soll asphaltiert werden als zum Teil finde ich das gut weiß ich gar nicht habe ich jetzt noch teils teils also es ist am Ende so ist ja die Idee irgendwann und es gibt ja so Pilotprojekte wo wirklich gesagt wird naja wir bauen mal zwischen zwei was weiß ich sowas wie Leerte und Hannover so eine typische Pendelstrecke wo viele Leute wohnen die in Hannover arbeitet da mal eine schöne über so einen Feldweg so eine schöne Autobahn zu bauen wo nur Radfahrer unterwegs sind wäre ja schon geil das und das müsste und spätestens dann muss man ja sagen na gut hier darf es jetzt schneller fahren oder hier nicht und im Grunde muss man es im Gefühl haben als Radfahrer im Grunde müssten die S-Pedelecs auf die Radwege dürfen aber eben nicht nicht erlaubt sein so schnell zu fahren oder eben man muss ja ein bisschen Fingerspitzengefühl haben auch als mit auch mit der 25 kmh Fingerspitzengefühl kannst du kannst du vergessen du musst da ein Reglement machen weil Fingerspitzengefühl da sagst du ich bin Ingo Kwendler ich habe das in meinem Fingerspitzengefühl genauso wie mit einem schnellen Auto du kannst das selber beurteilen ob das für die Straßenverhältnisse noch tragbar ist so schnell zu fahren oder nicht nehmen wir dich jetzt dann raus und du musst es aber für jeden machen und was machst du mit den Leuten die eben null Fingerspitzengefühl hat und mit den Rüpeln in der Innenstadt ist es definitiv so dass 25 schon zu schnell sind genau also da musst du halt diese zumindest dann wenn jetzt der Radweg voll ist vielleicht ist das jetzt sehr sehr kontraproduktiv aber dann müssen halt diese Regeln her und sagen hier pass mal auf in dem Stadtgebiet gilt egal was du für ein Fahrrad hast und dann wirst du in die Schwierigkeit kommen das zu kontrollieren ja und vor allen Dingen das normale Fahrrad hat ja gar kein Tacho dann und was machst du dann mit dem normalen Fahrradfahrer der sagt ich habe gerade Rückenwind natürlich fahre ich hier 35 ja das ist ein schwieriges schwieriges Thema man muss also am Ende muss man es eigentlich hat man es auch als Radfahrer auch im Gefühl wenn ich jetzt auf einem Radweg fahre und rechts ist alles voll mit Fußgängern dann kann ich da nicht mit 40 Sachen das machen wir Rennradfahrer auch nicht dass wir da durchballern normalerweise na gut das ist der Asshole Faktor den muss man einfach abschalten wer das letzte Video von Olaf und mir gesehen hat wo wir das Equipment erklärt haben was wir für die Ridefahrer Challenge machen hatte ich auch so eine Diskussion mit so einem aufgeregten Fußgänger der das Video besucht hatte und dann wo ist die Klingel und hier und da wo ich ihm dann auch sagte wissen Sie was ich muss mich hier nicht rechtfertigen für das Fehlverhalten anderer das ist nicht meine Aufgabe ja also man muss einfach Asshole Faktor verboten Schilder erfinden und die aufstellen das darfst du nicht auf Deutsch sagen dann wird der Podcast gefleckt gut jetzt kommt aber ein viel interessanteres Thema was wir hier aufgeschlagen haben wir haben uns wieder total verquatscht hier eigentlich wollten wir das auch als Hauptsache machen ist es doch auch Hauptsache sind ja unsere Picks immer was hast du denn heute für einen Pick dass du so dass du so nervös bist mein Pick steht hier schon neben mir aber den erzähle ich dann nachher meiner auch hier hinter mir aber sieht keiner die Firma Swissite ist ja sehr bekannt für Windtunnel Tests und so weiter die machen ja viele viele Sachen die haben auch in Hawaii sind sie ja mit so einem Auto rumgefahren wo sie glaube ich live dann vom Fahrrad die Windtests abgenommen haben und so weiter also hochinteressant und das ist ein Fundstück was mir ein Hörer geschickt hat per Mail vielen Dank dafür und zwar wurde in diesem Test den verlinke ich natürlich auch unten dass ihr den nachlesen könnt und ein Cervelo S5 getestet gegen einen Cervelo Aspero also sind in der Marke geblieben S5 voll ausgestattet mit Swissite den aerodynamischen Laufrädern ich glaube ein 5000er Conti in 25 Millimetern drauf gemacht und so weiter also wirklich schnellstes Setup und hoch aufgepumpt auch genau schnellstes Setup schnellstes Setup was man sich so vorstellen kann und dagegen das Aspero mit einem Gravel-Laufradsatz von Swissite mit den Terraspeed 40 Millimeter Reifen die auch leicht genobbt sind und das finde ich das Schöne an dem Test sie haben mir halt wirklich beides praxisnah genommen also ein S5 so wie man S5 fährt ich bin ja selber S5 Fahrer also wirklich Aero Aero Laufräder müssen da rein das schnellste was geht und ein Aspero wo man sagt na gut das ist halt ein Gravel-Bike da muss halt mindestens 40 Millimeter Reifen drauf da mit gehört nicht aber das ist ein typisches Setup und haben dann im Windtunnel mal gemessen wie viel Watt man bei wie viel kmh verliert ich habe hier meine Highlights schon rausgeschrieben ja dann leg mal los ich habe fünf Sachen ja also der Unterschied den du als Mehrleistung hast den könnte man ja grob in 50-50 einteilen zwischen Rollwiderstand und Luftwiderstand das fand ich eine tolle also ich möchte ganz kurz einmal falls da irgendjemand zuhört Kompliment für diesen Test also der hat mich ja völlig geflasht also viele Faktoren die mich wirklich begeistern der der Mehraufwand den du mit dem Gravel-Bike leistest jetzt sagen wir das bei der Geschwindigkeit von 30 haben sie angegeben mit 39 Watt interessant ist aber dass diese 39 Watt Mehrleistung sich in ungefähr 50-50 Hälfte Hälfte aufteilt zwischen Rollwiderstand und Luftwiderstand fand ich gut das heißt beides spielt rein und das zieht sich auch durch alle Werte durch wir haben jetzt hier bei 37,5 61 Watt mehr es ist wieder fast 50-50 nicht ganz aber fast und bei 45 Stunden Kilometer was ja natürlich wirklich schnell ist und beim Gravel-Bike eigentlich gar nicht das normale die normale Frage stehen hier hätten wir schon 92 Watt mehr die du leisten musst das ist gewaltig viel und auch da kann man sagen teilt es sich so ein bisschen naja es kommt nicht ganz bei 50-50 raus aber gerade in der Geschwindigkeit die uns am meisten interessiert und wo ich glaube ich ganz viele Hobbyathleten sehe ist glaube ich der Faktor sich auf 30 Stundenkilometer im Durchschnitt zu konzentrieren das erreichen viele Rennradfahrer ohne Probleme und Gravel-Fahrer sind da vielleicht gerade so am Limit und das fand ich wichtig diese Information krass ist wir hatten uns im Vorfeld unterschieden dass du gesagt hast das ist ja gar nicht so viel 40 Watt und ich finde das extrem viel das ist interessant dass du ja was sind 40 Watt ist das jetzt wenig oder ist das viel und ich finde das interessant dass selbst Ingo und Den sich schon nicht einig sind nicht streiten mal ausnahmsweise aber wir uns nicht einig sind ist das jetzt viel oder ist das wenig ich finde das gigantisch viel 40 Watt bei 30 Stundenkilometer also ich weiß ja was ich so an Leistung so bewegen muss wenn ich so einen 30er Schnitt grob drauf habe dann habe ich beim Rennrad keine Ahnung irgendwie meistens so schon über 230 Watt auf dem Tacho naja so und 40 Watt aber mit 200 Watt bist du immer noch schnell ja aber das ist ja schon also wer das mal weiß wenn ich mich im Windschatten begebe hinter dir fahre spare ich ungefähr 15% an meiner Wattleistung ja aber der Unterschied zwischen Aero Rad und Gravel Bike der hebt das ja noch mehr auf das ist ja unglaublich bedeutet aber dass du mit dem Gravel Bike im Windschatten von dem S5 mithalten könntest genau der Core ja der Core aber das sind deswegen finde ich den Test so toll ja ja also deswegen finde ich das ja richtig gut wollte aber nur sagen dass 40 Watt bei einer Geschwindigkeit von 30 schon richtig viel ist ja ja aber ich habe ich habe ja die Erfahrung ich fahre jetzt keinen Aspero ich fahre aber ja meinen Open tatsächlich mit den Terra Speed oder auch mit anderen Reifen auch mit den 650 650 B und ich weiß da kann ich locker 28 bis 30 mitfahren mit beiden Setups und bin jetzt nicht komplett am Limit nein aber du bist auch sehr leistungsfähig genau kannst einfach deine Leistung ein bisschen ob du jetzt 220 oder 260 Watt trittst das macht dir jetzt nicht so viel ja doch das merke ich dann schon aber du kannst das ich kriege das irgendwie hin aber es ist es deckt sich der Witz warum ich das das erste Mal rausgeholt habe diesen diesen Test warum ich das so gut fand war weil es sich genau mit meiner Erfahrung deckt wenn ich einen 32er Schnitt fahren will oder einen 33er Schnitt hole ich meinen S5 aus dem Keller und das sind glaube ich ich würde jetzt rein gefühlt das habe ich nicht nachgemessen ob mit Watt und Kilometer und mathematisch oder sonst wie aber ich glaube dass ich gerade mal dass ich so ein 2 kmh schneller bin mit dem S5 gegenüber meinem Gravel Bike was viel ist was aber auch in der Quintessenz auch nicht so viel ist dadurch dass ich ja mit dem Gravel Bike richtig Gravel fahren kann wo ich mit dem S5 gar nicht hinkomme und dann muss ich noch gibt es noch eine Sache die ich die ich hier beachtenswert finde ich hätte das Ganze gerne mal bei 25 kmh gesehen weil bei 25 kmh ist für mich die realistischere Anwendung des Asperos dass du wirklich mit 30 kmh Gravel fährst da musst du schon sehr emotioniert sein dass du einen 30er Schnitt auf Gravel fahren kannst aber ich würde es mir jetzt einfach so denken dann ist es wahrscheinlich bei 25 Watt mehr ja schätze ich auch 20, 25 es ist ja ganz normal das versteht aber auch schon der gesunde Menschenverstand je langsamer ich werde desto unwichtiger wird das wie breit meine Reifen sind vom Luftwiderstand oder vom Rollwiderstand oder es ist ja ganz das ist ja oder Aerodynamik grundsätzlich je langsamer ich werde aber mathematisch korrekt ist es ja schon dass Aerodynamik bei 25 oder bei 45 ein Thema ist wenn du ja eine Strecke also das ist jetzt will ich hier nicht den Mathematiker spielen aber es ist ja ganz klar habe ich mich früher schon immer darüber aufgeregt wenn die Leute sagen was soll denn das wenn die Leute nur einen 30er Schnitt bei so einem Ironman Triathlon fahren also ist ja logischerweise sechs Stunden und dann kaufen die da das volle Equipment mit Scheibe und sowas und dann fahren die nur einen 30er Schnitt mathematisch korrekt ist ja trotzdem der der den 40er Schnitt fährt hier jetzt die Profis die profitieren ja schon davon oder die müssen tatsächlich dieses Equipment haben weil sie sonst tatsächlich viel zu viel Watt aufbringen müssen und diese Zeit gar nicht erreichen können der Hobbyathlet hat einen kleineren Vorteil von der Scheibe und von diesem Setup und also nutzt den kleineren Vorteil aber für einen längeren Zeitraum also wenn du das in eine matematische Form machst wehre ich mich nur dagegen dass der langsame Fahrer jetzt komplett ein Vollidiot ist wenn der so so ein Aero Setup er hat einen kleineren Vorteil als der Profi aber er nutzt ihn auch trotzdem noch eine längere Zeit und ist vielleicht trotzdem eine halbe Stunde schneller vielleicht nicht eine halbe Stunde aber es ist ja trotzdem so dass Aerodynamik herrscht halt trotzdem auch bei 25er Geschwindigkeit nur das ist dann nicht mehr so gravierend dass wir das zum Hauptthema machen wenn du mit 25 im Schnitt mit deinem Gravelrad fährst und das ist dann das Ergebnis von diesem Test auch und dann sagst okay dann muss ich eben 20 Watt mehr treten interessant wird es dann vielleicht ab 30 wo ich dann sage dann wird es schon signifikanter das ist ja diese Sache mit 40 Watt eine Sache die ich hier mir extra aufgeschrieben habe die ich richtig 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 gut war weil ich liebe ja so pauschale Sachen mit denen ich umgehen kann einfach in meinem Kopf so abhaken so Schubladen denken dass sie rausgefunden haben dass bei 30 Stunden Kilometer ungefähr mir so eine Pauschale und das muss ich im Verkauf heute muss ich in den Verkauf gehen und die Leute darüber schulen dass die das den Kunden mitgeben können ungefähr 10 Millimeter Reifenbreite also von 25 zu 35 zu 45 also wenn du ungefähr 10 Millimeter Reifenbreite hinzugewinst ungefähr also sie haben es jetzt genau gemessen aber bei einer Geschwindigkeit von 30 kmh liegt der Wert bei 3,6 Watt die du dazu packen musst das finde ich ja krass das heißt du könntest ja sagen alle 10 Millimeter 3 bis 4 Watt genau das ist nicht viel das ist nicht viel und wenn ich dann an den Komfortgedanken denke jetzt nehmen wir doch mal das was du gerade im Urlaub hast wenn ich das mal kurz sagen darf du bist jetzt 28 Millimeter gefahren du warst jetzt da in der Bitte aber stell dir mal vor du hättest dein Setup 25 Millimeter gehabt jetzt kommst du auf den unbequemen Weg und sagst verdammte Axt hätte ich doch den 35 Millimeter Reifen genommen statt den 25 um jetzt mal diesen einfach stumpfen Faktor 10 Millimeter zu haben und wenn du dann wüsstest ja eigentlich hätte ich für meine relaxte Tour dann eigentlich nur 4 Watt mehr aufgeben können dann kommt im Kopf ja sofort also ich kann das jetzt nicht sagen dann kommt ja der Punkt ja diese popligen die popligen 4 Watt die kann ich ja auch noch drehen die machen den Kohlen nicht fett und dann kommt man in diese Diskussion ja dann gönn dir doch den breiteren Reifen du weißt jetzt es sind nicht 40 Watt mehr es sind 4 Watt mehr ok genau da geht es aber auch ja nur um die Reifenbreiten und das ist ja das das ist ja das wo wir hier so ein bisschen Äpfel mit Birnen haben wenn wir jetzt in das Aspero diese High-End Aero-Laufräder reinmachen dann sind wir ja auch nur noch vielleicht bei 19 ne noch nicht mal die Rolling Resistance wird ja dann auch weniger dann haben wir ja vielleicht ein Rad was nur noch rahmenmäßig nicht ganz so aerodynamisch ist wie das S5 und haben auf einmal vielleicht nur noch 2-3 Watt Unterschied das ist ein ganz 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 altes Video was der Ingo und der Den mal gedreht haben vor Urzeiten zum Anfang unseres Kanals haben wir diesen Test tatsächlich schon mal als Feldversuch gemacht genau und ich habe die Zahlen noch grob im Kopf ich habe es jetzt nicht mehr rausgesucht aber wir haben damals ein jetzt nicht das Servilo Aspero das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht wir haben aber das Open Gravel Bike genommen das Open übrigens das Open Upper was du jetzt im Urlaub gefahren bist das hast du ja schon das haben wir genommen und haben da 47 Millimeter breite Reifen nicht aerodynamische Felge 650B reingemacht du bist einen Kurs gefahren ich glaube es waren ungefähr 8 Kilometer mit einem kleinen Berg mit nicht unheimlich viel Wattleistung drauf und dann bist du den oder doch es waren schon 250 Watt glaube ich das war schon und dann bist du das mit Aero Laufrädern mit 25 Millimeter Reifen gefahren aber Aero und das waren 40 Sekunden ich meine mich zu erinnern dass es ungefähr 40 Sekunden waren ja es war jetzt hochgerechnet glaube ich nicht so viel aber das waren auch Slicks das waren die 650B Slicks in der Mitte zumindest das würde ich noch ganz kurz wo du Slicks sagst also das mit den mit den 10 Millimeter Reifenbreite ungefähr 4 Watt bei Geschwindigkeit 30 finde ich sexy das ist ja nichts interessant ist es natürlich absolut wie da wenn du richtig aufs Pedal drückst bei 45 kmh ist der Faktor schon wieder mal 3 also da sind wir bei 12 Watt aber das lasse ich jetzt mal außen vor ich gehe die 30 Millimeter sind interessanter für uns und auch glaube ich für die Mehrheit unserer Zuhörer und wo du das mit den Noppen sagst das fand ich spitze darüber habe ich noch nicht wirklich nachgedacht in meiner kleinen Welt und ich liebe ja Reifen was macht es eigentlich für einen Unterschied ob ich einen Slick habe oder so ein bisschen genoppt oder richtig grobstollig das haben sie eben auch gemessen und zwar nicht den Rollwiderstand Unterschied zwischen Noppe und Slick das ist nochmal ein ganz anderes Thema sondern auch nochmal gemessen haben was ist eigentlich die Noppe für ein aerodynamischer Nachteil die Noppe an sich der aerodynamischen Nachteil also der Luftstrom über die Noppen das finde ich ja total sexy das finde ich ja richtig gut und sie haben einen Namen da reingenommen fand ich toll ist jetzt zwar englisch aber Roughness Level also welche Textur oder Roughness ich wüsste noch nicht mal wie ich es richtig auf Deutsch übersetze sondern welche Struktur wie rau die Rauigkeit wäre die deutsche Übersetzung von wie rau das Level ist den haben sie in Level 1 bis 6 eingeteilt und dann logischerweise ein Slick ist dann 1 und ein richtig stolliger Reifen ist dann Roughness Level 6 und jetzt kommt das hast du das gelesen wie viel Watt das macht deswegen toll bei ungefähr 30 kmh haben wir jetzt ja gesagt 10 mm breitere Reifen 4 Watt roundabout also sie haben 3,6 gegeben der Roughness Level zwischen Slick und Böse Rough also richtig stollig sind 2 Watt das heißt du könntest ja jetzt hingehen und sagen ich möchte den Komfort haben von einem breiten Reifen und wir haben ja so ein Paradebeispiel WTB Horizon WTB Byway die dann slickig sind aber ich möchte nicht nochmal durch den aeronomischen Nachteil von dem Roughness Level haben weil ich ja sowieso nur da mit Asphalt oder leichten Schotter fahre und das macht es natürlich für so Nerds Roughness von 2 Watt von Roughness zu Roughness oder von 1 zu 6 von 1 zu 6 von slick zu richtig stollig sind nur 2 Watt nur 2 Watt aerodynamisch aber nur aerodynamisch gut der bremst ja dann rollwiderstandsmäßig wahrscheinlich aber ist ja was ich habe ja das Kompliment doch schon rausgegeben wir kennen die gar nicht vielleicht ändert sich das jetzt ja was für ein toller Text naja also mehr wie ein Kompliment zu einer Firma geben was sie für einen Test gemacht haben kann ich ja noch nicht das ist super also fand ich interessant Roughness Level überhaupt eine Einstufung zu machen ja wie sieht denn jetzt die Stolle aus und wie oft werden wir das gefragt gerade in Beratung und Service so Mensch was mache ich denn jetzt für einen Reifen ja du machst den Reifen drauf indem du mir ein bisschen beschreibst wo du fährst also tatsächlich ist das ja das wissen ja auch die Hörer ohne dass ich das jetzt sage fährst du im Schlamm kannst ja nicht in Slick fahren ist ja offensichtlich dass das nicht funktioniert ja also das jetzt habe ich zu viel von ich bin ganz begeistert das kommt vielleicht so rüber von diesem Test aber ich habe den aufgefressen den Test und letzte Sache ich weiß nicht ob du das noch nicht dass ich hier einen Monolog führe Clean und Dirty Bike fand die auch noch interessant okay hast du auch nee ich habe tatsächlich mir hauptsächlich die die Wattwerte und den den oberen Teil ich weiß ich habe es vor drei Wochen oder vier Wochen gelesen und habe es hier reingelinkt und ich habe es gestern aber mir ist es gar nicht mehr so frisch Clean und Dirty da haben sie einfach nur noch mal das Aspero nicht sauber gemacht also sie haben den gleichen Test gemacht mit komplett gereinigten Laufradsatz und Rahmen und dann haben sie ihn einfach mal nicht sauber gemacht aber sie haben ihn jetzt auch nicht ganz schlammig schlimm dahingestellt aber sie haben ihn halt nicht also man sah schon am Unterrohr wie das alle so kennen wo der Matsch und Schlamm dann so ein bisschen dran ist das fällt überhaupt nicht ins Gewicht also das ist dann beim Gravel Bike auch mittlerweile also wer sein Gravel Bike nicht sauber machen will so wie denn hat jetzt einen Grund hier der Link sagt das bringt nichts interessant hätte ich jetzt noch gefunden wenn man jetzt tatsächlich weil das haben wir ja auch mit den mit den Anats glaube ich wenn man wirklich sagt man nimmt eine aerodynamische Felge mit breitem Reifen das ist nicht schlecht ob der Unterschied dann nochmal ein bisschen kleiner wird dass man vielleicht statt 20 Watt Aero Dreck vielleicht bei 30 kmh vielleicht ein bisschen weniger verliert weil das ist schon eine relativ dünne Felge die sie da auch benutzt haben wo natürlich die Speichen auch im Wind stehen und ansonsten war es für mich einfach so eine Bestätigung dessen dass man mit dem Gravel Bike auf der Straße nicht langsam ist da kannst du auch deinen ohne dich wie gesagt ohne dich richtig anzustrengen fährst du locker deinen 25, 26, 27er Schnitt also auch nicht mit viel Watt und das aber auch S5 als S5 Fahrer weiß ich auch wenn ich mit dem Ding losfahre dann das hat man im Gefühl dass man schneller ist das ist also das ist halt ist halt immer der Unterschied zwischen Rennrad und das muss kein S5 sein ich da eine Aerodynamik und das macht das S5 wahrscheinlich weniger aus als die aerodynamische Felge würde ich sogar sagen das wäre noch interessant gewesen also liebe Swissite Leute jetzt nochmal das Aspero das hätte ich schon interessant gefunden das Aspero mit den Laufrädern aus dem S5 umgekehrt geht ja nicht aber das hätte ich schon gerne nochmal gesehen was dabei rauskommt das wäre das wäre nochmal auch interessant gewesen das ist ein schöner schöner Test der es wirklich wert ist sich den mal durchzulesen und in dem Fall geht die komplette Credit an die Firma Swissite weil das ist ja das was meinen Open Upper auch ausmacht wo ich merke sobald ich einen Rennradlaufradsatz reinmache ist das einfach ein Rennrad ist es auch schnell wie oft haben wir das hier schon gepredigt das heißt wer wirklich ein Rennrad für alles haben will das haben wir nun oft genug gesagt wer dann sagt er kann sich noch ein zweites high-end aerodynamisches Rad leisten er kann das ja gerne tun ja also war ein schöner also war ein ganz schönes also danke fürs Zusenden des Links immer gerne sowas schicken tolles Fundstück ist eigentlich ja ich kann mich dann immer gar nicht bremsen wenn ich so euphorisch bin ja es gibt halt andere Firmen die auch coolen Content machen das finde ich halt auch gut sind nicht nur wir was Reifentests und sowas angeht und vor allem die machen es richtig wissenschaftlich aber Reifentests haben wir jetzt nächste Woche haben wir Reifentests und zwar einer einer unserer großen Reifentests mal wieder also das ist auf meinem Mist gewachsen das wird auch wieder ein aufwendiger Videodreh so wie letztes Jahr unser Reifentest wahrscheinlich naja also es geht soll ich das kurz anteasern gerne also ich hoffe der findet auch alles statt das ist ein bisschen wetterabhängig weil wir einen Reifentest ja draußen machen aber wie das immer mal so ist wir haben halt mal wieder Bock auf Reifentests oder ich bin da ja immer so dass ich da Lust habe mal mehrere Reifen zu testen was ist so am Markt und vergleiche ich die wie lassen die sich montieren und Tubeless ist ja sowieso das absolute Dauerthema bei uns also da könnten wir glaube ich einmal im Monat einen Podcast machen so oft wie wir Mails kriegen könnt ihr noch mal und könnt ihr noch mal obwohl ich immer denke wir haben doch schon wir haben doch schon also es ist auch wahrscheinlich noch mal vielleicht machen wir das auch schon wieder in den nächsten ein oder zwei Podcasten die anstehen weil halt so viele Leute danach fragen kann noch mal kurz und noch mal wie wechselt ihr die Reifen was sind wichtige Punkte welche Ventile welche Pumpen all dieses ganze Thema und was immer beim beim Reifentest in der heutigen Zeit das Thema ist ja funktioniert das wirklich gut mit einer Dichtflüssigkeit egal welche ich nehme ja und welche nimmst du denn Ingo welche nimmst du denn denn und wir haben zwei die wir bevorzugt aktuell nehmen das ist entweder Stance oder Muckoff haben wir schon zwei Videos gemacht jetzt gibt es einen neuen großen Player auf dem Markt von WTB wo wir die Reifen schon oft getestet haben auch in Vergleichstests haben und so weiter und so fort und da gibt es jetzt eine Dichtflüssigkeit von WTB die wir jetzt testen wollen also es gibt eine neue Dichtflüssigkeit die wir testen und wie testet man eine Dichtflüssigkeit ja wie testet man sie wohl einfüllen trinken ob sie auch wirklich nach Milch schmeckt was das einer hier macht Ingo und dann werden wir halt so Reifen montieren werden gucken wie die abdichten wie diese neue Dichtflüssigkeit funktioniert und dann natürlich der Spaßfaktor in dem Video ist dann fahren wir natürlich durch Nägel und durch Glasscherben wie beim letzten Mal kein einziges Loch wahrscheinlich aber jetzt habe ich eine schöne Platte vorbereitet die steht da drüben die könnte ich tatsächlich ins Podcast Bild hier reinholen die ist da drüben vorbereitet da habe ich Glasscherben in Beton eingegossen also soll ich sie eben zeigen ja ja mach das ich hole das eben her Ingo moderiert noch eine Sekunde ich habe sie drüben liegen dann gebe ich mal kurz den Grevé als kleinen Tipp weiter den hat uns jemand zugeschickt es gibt ja die Brevé Serie ich glaube diese Audax Brevé Serie kennen viele das sind Radmarathons 200 400 600 Kilometer lang zum Teil und auch gerade bei der Brevé Serie geht es darum sich auch vielleicht für Paris Brest Paris zu qualifizieren ja und aus dem gleichen Team gibt es ein ein Grevé und das finde ich auch ganz witzig das findet ihr verlinke ich unten mal unter grevé.de könnt ihr euch mal angucken und das ist tatsächlich eine Gravel Serie auch Gravel Marathons und dann gibt es tatsächlich wenn man das Vierer Set gefinisht hat also diese ganzen es gibt eine in Berlin Dresden München Hamburg Harz und ich weiß gar nicht jetzt genau die Kilometer ich glaube das sind auch immer 200 mindestens da bin ich jetzt gar nicht so sicher das steht habe ich mir gar nicht so aufgeschrieben ich weiß nur dass das große Finale wer das Vierer Set gefinisht hat der kann dann an Wien Berlin teilnehmen also das Pendant zu Paris Brest Paris sozusagen und das ist auf der Route des Originals geht es von Hauptstadt zu Halbstadt über 750 Kilometer und 5000 Höhenmeter das wollte ich gerade schätzen wie viel ist denn wohl Wien Berlin ja ja und das ist ja also wer da noch eine Herausforderung sucht das ist natürlich auch eine coole Sache und Grevé ist ja auch so ein relativ entspanntes Ding da fällt auch jeder sein Tempo da geht es ja auch nicht um Zeit sondern da geht es nur um das zu schaffen will ich zumindest hier mal weitergeben weil ich es ganz witzig finde und dass auch der Gravel sozusagen in den Brevet einzieht kommen wir zurück zum aber das ist jetzt natürlich schwierig weil der Podcast ja zwei Variationen gibt nur als Hörfassung und auch bei YouTube jetzt für die YouTube müsste ich es halt beschreiben wir hatten ja schon mal einen Reifentest gemacht und da hatten wir in so eine eine Platte halt viele Nägel in unterschiedlicher Dicke und Länge reingemacht und dann waren wir ganz erstaunt pass auf schneid dich nicht gibt es auch eine schöne Story wo ich mich blamiert habe zu und dann war jetzt die Idee okay wenn wir jetzt den Reifentest machen der muss definitiv dazu also der nächste Reifentest der muss auch so schlimm werden dass auch ein Reifen komplett zerschnitten wird und dann auch wirklich dass man sagt okay jetzt ist nichts mehr zu retten auch die Dichtmilch soll das nicht schaffen können also um mal zu gucken was geht nicht also wir müssen ja auch mal irgendwo das Limit erreichen und dann habe ich gedacht das geht nur mit Glasscherben so jetzt habe ich mir für den Dreh also jetzt hoffentlich wird der Dreh auch so wie ich mir das denke und ich rede jetzt aber über die Zukunft und da habe ich mir gedacht okay wir brauchen Glasscherben und da fahren wir dann durch das macht es aber sehr gefährlich Glasscherben auf eine Straße zu streuen dann fliegen das würdest du ja machen können hier schön am Kröpke oder hier auf dem Fahrradweg ist auch eine gute Idee dann kannst du auch gucken wie viel besser unsere gegenüber denen die noch mit den normalen Schläuchen drüber fahren auf die Idee bin ich gar nicht gekommen was für eine grandiose Idee so Glasscherben an sich sind ja schon mal eine extrem gefährliche Sache muss man ja einfach sagen und es könnte ja sein dass auf der Teststrecke wo wir sind ganz schnell wir alles wieder sauber machen müssen damit da jetzt nicht andere Fußgänger Radfahrer oder Autofahrer durch Glasscherben kommen also es muss ja irgendeine Taktik geben dass ich das wegnehme und dann bin ich auf die Idee gekommen ich nehme Glasscherben ich streue die aus auf dieser 5 mm dicken Form und dann kippe ich das mit Beton zu das heißt diese Glasscherben gucken jetzt raus aber sie sind fixiert das heißt ich kann das jetzt du hast es ja gesehen ich habe das jetzt ja auch von nebenan geholt und es ist jetzt ich habe halt so naja wie das halt so ist das ist ja auch mein mein Hobby solche Testfelder zu machen aber die die schöne Geschichte dabei ist jetzt habe ich dieses diese Glasscherben ja in Beton gegossen und dann habe ich das mit klarem Glas gemacht weil ich habe dann bei uns zu Hause geguckt was haben wir denn für Glasflaschen die demnächst weggebracht werden müssen und dann waren das alles weiße Gläser Honig und was ist nicht alles für weiße so alles weiße Gläser und dann sage ich ja dann siehst du das aber gar nicht ich brauche ja entweder braunes oder grünes Glas ja für die Kamera dann so dreimal darfst du raten was wir zu Hause nicht haben dann musstest du erstmal eine Pulle Wein holen und die weg trinken so und dann habe ich geguckt was könnte demnächst denn mal alle sein wo grün oder braun ist und dann haben wir tatsächlich nur grüne Flaschen von Olivenöl weil wir eben kein Wein haben und auch keinen Kognak mit braun oder irgendwas und jetzt nur mal so eine kleine Anekdote wie man sich so blamiert im Leben und dann habe ich gesagt das gibt es doch gar nicht wir haben keine grünen oder braunen Flaschen und da war ich schon kurz drauf und dran den Nachbarn zu klingeln habt ihr ja irgendeine Weinpulle die ihr heute Abend leer trinken wollt oder irgendwas und dann habe ich einfach gedacht ach weißt du was ich fahre einfach zu so einem Glaskontainer und hole dann einfach aus dem Glaskontainer haben sie dich alle komisch angeguckt dass du da mit dem Stock Sachen rausgeholt hast also ich kam da ja mit normaler Kleidung und ich sehe jetzt ja nicht aus wie ein ganz schlimmer gruseliger Mensch aber in dem Moment wo ich halt nichts in den Container gepackt habe sondern meine Hände reingestreckt habe und dann vorsichtig so die leeren diese Weinflaschen rausgeholt haben dann ist ja immer unten noch so ein kleiner dann habe ich mir gedacht ich habe dann fünf Flaschen rausgeholt und so die haben jetzt alle gedacht ich möchte den Rest von dem Wein den Rest von dem Wein noch trinken und ich bin der Junkie oder wir aber schön mit dem Auto vorgefahren und dann kam ich so im Nachgang auf die Idee also sonst ist es mir ja völlig egal was die Leute so überdenken aber in dem Moment habe ich gedacht die kennen mich ja Gott sei Dank hoffentlich nicht und sonst würden sie irgendwann sagen hast du hier gesehen den Miesen der ist jetzt doch auf Alk du bist bekannt auf YouTube wer weiß wer dich alles schon erkannt hat da gibt es wahrscheinlich schon versteckte Kamera jetzt wenn du das nächste Mal kommst der kommt da einmal am Wochenende und holt die Flasche jedenfalls muss ich sagen ist schon ein also habe ich auch im Nachgang gedacht es könnte auch echt ein komisches Bild abgegeben haben dass du aus dem Glaskontainer Flaschen rausholst naja und dann habe ich sie halt zerdeppert was tatsächlich gar nicht so einfach ist eine Flasche zu zerdeppern wenn man das nicht jeden Tag macht also zerdeppert die erstmal im Film hauen sie dich die immer gegenseitig über den Kopf und fliegt in tausend Scherben das ist Zuckerglas oder wie nennt sich das und naja dann freue ich mich jedenfalls auf den Dreh den wir jetzt haben mal wieder schön reifen aufziehen wie hast du das jetzt genau gemacht du hast erst den Beton und dann die Scherben einfach so drapiert oder erst die Scherben drauf und einfach drüber gegossen genau ok ich habe einfach eine Platte genommen aber du hast jetzt nicht verschiedene so wie bei den Nägeln verschiedene Größe weil wenn ich eins ist ja klar wenn du darüber fährst hast du ja einen ganz langen Riss hier in der Mitte ja aber aber das kann ich jetzt ich kann jetzt nicht noch genormte Scherben produzieren das wäre nochmal ja aber das hätte ich schon erwartet ja kannst du nochmal neu machen wir stellen auch keine versteckte Kamera auf an dem Container oder hast du noch eine Flasche über ja tatsächlich habe ich so viele Flaschen ich habe dann wieder welche zurückgebracht davon weil ich dann sechs Flaschen brauchte ich dann auch nicht aber zwei Flaschen musste ich zerteppern dafür jetzt ist aber die Frage das müssen wir als letzten Test machen da sind ja riesen Kaventsmänner drauf die ja wirklich ein Problem darstellen oder ja aber der Punkt ist so ist nun mal auch das echte Leben du kannst auch mal richtig Pech haben und so ein richtiges Ding rein nageln also dann eigentlich reicht ja der Hannoveraner Splitt den sie hier zum Streu raus machen der macht ja schon genug Platten oder aber haben wir denn jetzt noch was anderes außer das ich bin noch nicht dazu gekommen also gibt es wieder ein Nagelbrett auch ich muss es noch vorbereiten ich habe jetzt erstmal nur diese Scherbensache gemacht weil ich dachte das wird das komplizierteste Brett natürlich mache ich noch Nägel und Schrauben ja war jetzt nur die Frage nein nein Entschuldigung ich wollte dich ich bin noch nicht ich weiß gar nicht was der Plan ist also welche was wir noch alles machen also Nägel Nagelbrett müssen wir ja irgendwie ein bisschen anders machen als beim letzten Mal auch in der Form also ich werde auch wieder ein Nagelbrett machen und das mit Beton vergießen aber dann wirklich komplett pflastern das nicht so wie beim letzten Mal konnte man ja im schlimmsten Fall auch durchfahren genau also steht jetzt wieder an und dann wieder verschiedene Längen oder einfach kreuz und quer das lasse ich mir jetzt morgen noch einfallen okay also ich habe jetzt ja noch zwei Tage das vorzubereiten was gäbe es noch also ich würde jetzt einfach unterschiedliche Nägel dicken und längen Nägel Reißzwecken und so ein Kram genau aber Reißzwecken und Nagel ist ja identischer nehme ich halt also das bereite ich alles vor und was mir halt also dann machen wir Nagel und Glas sozusagen Test erst den Nageltest wahrscheinlich weil der relativ zumindest was wir so unsere Erfahrung ist ja auch abgedichtet wird also erst nageln dann trinken genau eigentlich nicht also wir machen wir machen wir machen mehrere Felder und das mit dem Glas habe ich jetzt vorbereitet und dann machen wir noch so ein Nagelbrett fährt man hier wahrscheinlich die Kante hoch und da entsteht dann schon der erste Riss Quatsch nee nee war Spaß nein also das ist ja doppelt dick ich habe jetzt hier nur guck mal ich mache das mal für dich wenn du das hier trennst ach so dann ist das die das ist die Dicke ja gut das ist jetzt ja unwichtig für Leute 5-5 Millimeter genau deswegen ich wollte jetzt nicht eine riesen Kante haben und da fährst du dann einfach rüber und dann wird das hier das nächste hast du das jetzt schon mal mit deinem eigenen Rad ausprobiert? liebe Podcast-Hörer ihr erlebt es jetzt live wir brauchen 5 Räder für den Test ich bringe mit mein Mountainbike mein Lastenfahrrad und mein Rennrad würdest du bitte deine beiden Gravelbikes mitbringen weil ich habe ja schon drei von meinen Rädern würdest du bitte deine beiden Gravelbikes mitnehmen das hätte ich dich nämlich sowieso gefragt ja mal gucken scheiße haben wir nicht genug unten im Showroom stehen? nee wir nehmen nichts aus dem Showroom wir nehmen deins euch also wenn nicht dann muss ich dann nochmal aber ich dachte mir jetzt so ich bringe drei Räder mit du bringst zwei mit ich wollte auch hier mit Lastenfahrrad und so drüber nageln also wollte richtig viele also ich freue mich auf den Dreh und du nicht so du kommst aus der Nummer gar nicht raus ja ja ich bring schon irgendein Rad mit aber ich bring die Laufräder nicht mit dann musst du mir andere Laufräder geben ich mach dir die Reifen dann wieder drauf ja 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 da mach ich mir keine Sorgen drum aber du bist beim Dreh dabei falls du es noch nicht wusstest ja ja ich weiß da hab ich mir eingetragen gut aber es hängt dann tatsächlich ist der Dreh nur dann auch wenn wir gutes Wetter haben ja wer hat denn schon Bock mit dem Platten zu fahren wenn schlechtes Wetter ist ja wir kommen zum Ende unseres Podcasts weil wir werden jetzt kindisch und genau und das Ende ist immer am besten hier dann kommen wir zu den Picks und zwar fang ich mal an warum fängst du an ich denke dein Pick weil mein Pick dauert ein bisschen länger dann können wir in der Zeit bis der fertig ist können wir deinen Pick machen also ich hab erstmal du kriegst hier so ein wie bis der fertig ist ja das dauert so ein bisschen ich hab ja hier extra Alter was ist denn heute mit deinem Pick los ich hab ja hier extra ein Tablett mitgebracht was jetzt muss ich das anmoderieren Ingo holt Tassen aus deiner Tasse ich hab erstmal zwei Tassen mitgebracht einmal die Tasse für den Chef ja world's best boss ja das ist schön da bin ich mal gespannt hast du dir die selber gekauft oder wurde sie dir gekauft ne die hab ich mir selber gekauft und zwar in Amerika und wer als erstes in die Kommentare schreibt was das für eine Tasse ist welchen Ursprung die hat und warum die also die hat eine besondere Bewandtnis der kriegt der soll mir seine Adresse dann noch per E-Mail auch schicken der kriegt ein kleines Geschenk geschickt aber nicht die Tasse die ist mir heilig so dann machen wir hier kurz heißes Wasser rein was das arme Tablett da drunter ach so und die verfärbt sich jetzt die Tasse nein so eine Quatschtasse kaufe ich nicht ne das ist eine Fantasse aber mal gucken ob das einer weiß ob einer das kennt hä ja ja das wie soll ich denn das jetzt hier moderieren was du hier egal ich mach jetzt Ingo hat zwei Tassen hingestellt ach scheiße ich hab Kekse vergessen das ist mein Pick das sind kleine Einkaufstäschchen ja und da kannst du den Teebeutel dann rein machen und die hänge ich hier an die Seite und ich bin Idiot normalerweise ich wollte dir da noch einen Keks reinpacken den hab ich jetzt vergessen aber da kommt dann der Teebeutel er kommt erst ein Keks rein und wenn der Tee dann fertig ist und du den Keks gegessen hast der Teebeutel ja aber ist doch erst rein ja ja aber der Tee musst du jetzt ein bisschen ziehen damit du dann deinen Pick vorlegen kannst ich mach jetzt den Teebeutel hier in die Tasse rein now I get it grüner Tee mit Zitrone also ich muss das beschreiben für Leute die nur zuhören Ingo hat zwei Tassen denn World's Best Boss soll für dich sein und die andere Tasse soll für mich sein das erklär ich jetzt mal Ingo hat heißes Wasser in beide Tassen gemacht dass ich das überhaupt anmoderieren muss also im nächsten im nächsten Leben werde ich Fußballmoderator hier für für Hörer Hörerfassung Fußball er hat jetzt zwei Teebeutel in die heißen in das heiße Wasser gepackt und an den Tassen hat er einen kleinen Einkaufskorb gehängt so dann würde ich den jetzt mal beschreiben Vorsicht die Tasse ist wahrscheinlich heiß und das ist so ein kleiner Einhänger den ich wirklich toll finde und wenn du dann den Teebeutel nach den fünf Minuten ziehst oder wie lange das darfst du jetzt noch nicht machen dann packt man den da rein ich habe mich nämlich ich habe mich nämlich auf die Suche ich kann das jetzt mal erklären was das ist und zwar ist es so dass wir oder dass wir zu Hause haben wir jetzt so ein Wasserhahn da kommt kochendes Wasser raus und seitdem trinke ich viel Tee und ich habe wenn ich nicht eine Kanne koche habe ich auch keine Lust auf den losen Tee sondern dann wenn ich so eine Tasse habe finde ich das schon nicht doof mit Teebeutel und da kann man ja diese diese Bio Abbaubahnen aus dem Bioladen die Teebeutel habe ich jetzt auch kein schlechtes Gewissen mir da so einen Teebeutel rein zu machen aber ich hatte immer das Problem wohin mit dem Teebeutel ich schleppe die Tasse und die brauche ja so ihre 5 bis 10 Minuten mit ins Wohnzimmer und habe entweder eine Untertasse mitgenommen und die ist dann irgendwie schnodderig und was weiß ich nicht alles und habe mich auf die Suche gemacht nach ja google das mal Teebeutelhalterung oder was auch immer das was du findest ist normalerweise wo du deine ganzen Teebeutel rein sortieren kannst so Sortierschachteln wo du deinen Tee rein sortierst auf die Idee muss man erst mal kommen das zu googeln genau weil mich das genervt hat Teebeutel Entsorgungsproblem ja ich weiß gar nicht mehr was ich gegoogelt habe jedenfalls kam ich dann auf die Marke Koziol also Koziol wahrscheinlich gesprochen K-O-Z-I-O-L ich verlinke das unten und die haben halt kleine witzige Einkaufstäschchen die mit so einem kleinen Widerhaken einfach an die Tasse dran gemacht werden und die auch übrigens wenn du dann den Tee trinken willst nervt das ja die kannst du auch so hinstellen also die kippen dann auch nicht um und wenn du dann fertig bist mit Tee trinken und das wieder in die Küche schleppen musst musst du auch nicht zwei Teile in die Küche stecken und dann hängst du es einfach wieder ran ans Dings und fertig nett wäre es jetzt gewesen eigentlich für den Show-Effekt wenn man es so trinken kann habe ich aber leider vergessen wenn ich jetzt noch den den Keks mit vorne reingelegt hätte ja das tut mir jetzt ein bisschen leid das ist nicht schlimm den hätte ich dir gerne noch gegönnt jetzt haben wir schon zwei Minuten ich muss ja jetzt hier warten bis das gezogen hat zwei Minuten haben wir schon um witzigerweise gibt es auch eine Rudolf-Version die habe ich hier noch gar nicht ausgepackt Rudolf the Reindeer genau die funktioniert auch ganz gut ich finde aber die Tragetaschen eigentlich besser wobei der natürlich witziger ist wobei die Tragetaschen so ein ganz kleines bisschen also so ein bisschen diese Dinger diese Klosteine die du so reinhängen kannst so ein bisschen ähnlich sehen die aus also wer dass ich das Geld sparen möchte und was billiges kaufen will kauft einfach einen Klostein geht auch wenn der verbraucht ist kann man den ja nochmal nehmen ja nein den kannst du ja nicht nehmen der hat ja überall Löcher geht ja gar nicht ja ja stimmt dann läuft das wieder raus also ich fand es witzig also und netterweise was was Cosiol auch macht das ist alles irgendwie also es ist kein richtiges Plastik sondern irgendwas Natürliches und die schreiben die haben so einen Beipackzettel ich habe das bei denen direkt auf der Webseite bestellt die haben so einen Beipackzettel dabei gelegt dass das alles sozusagen natürlich hergestellt ist biologisch abbaubar ist schreiben aber auch dazu dass es normalerweise verbrannt wird im Müll mit dann auch keine kein also nicht so wie Plastik giftig ist sondern keinen Dreck macht wenn du es aber in der Natur verrotten lässt kompostiert brauchst du es halt trotzdem 80 Jahre um wegzugehen aber es hinterlässt halt keine Schadstoffe zumindest sagen sie das so also das ist finde ich so ganz sympathisch ich habe einen großen Fehler gemacht der kommt dir zugute also ich schenke dir die beiden falls du trinkst du Tee überhaupt kannst du dir Earl Grey mit Milch ich kann dir auch noch mehr schenken jedenfalls ist die was wollte ich jetzt sagen also wenn du einen Fehler hast du gemacht genau weil du mir zwei schenkst hast du keine mehr oder was ist der Fehler ich habe gesagt na gut so acht Stück braucht man schon mit der Familie und sonst wie zum Wechseln dann wollte ich dir tatsächlich noch zwei mitbringen und schenken und sonst wie wenn man die hier bestellt diese Tragetaschen sind das immer zwei im Set achso du hast einfach zu viel bestellt dann waren es auf einmal statt acht irgendwie doppelt so viele 16 aber damit machst du doch jedem eine Freude genau habe ich jetzt schon den Schwiegereltern welche mitgegeben und dir gebe ich heute welche mit wenn du dieses Rentier bestellst Rudolf heißt der den gibt es nur einzeln da ist nur einer drin und den finde ich tatsächlich außer dass er witzig aussieht der steht nicht ganz so stabil steht zwar und ist halt teurer also die Einkaufstasche finde ich halt ganz gut willst du den Preis der Welt mitteilen habe ich vergessen ich glaube 5 Euro oder 10 Euro ich glaube es ist ja fast es ist jetzt nicht ultra teuer ich glaube ist nicht wichtig gekostet hier es gibt ein Gefühl dafür dass man das gerne mal verschenkt ich meine 5 Euro wenn ich es richtig also ich glaube sogar das Doppelpack hat 5 Euro gekostet ich gucke nochmal also während du jetzt deinen Nein bevor ich meinen Pick mache bedanke ich mich und zwar kriegen wir ganz oft mal so Sachen geschickt von und das da bin ich immer geflasht wie viel liebe Zuhörer und Zuhörerinnen es bei uns gibt die uns Sachen mal schicken weil sie irgendwas entdeckt haben oder weil sie meinen das finden wir cool oder dieses oder jenes und da habe ich ein Paket bekommen von Dirk aus München Nachname lasse ich jetzt mal weg lieber denn ich wollte mich bei euch ganz doll bedanken für den vielen super Tipps im Podcast und bei YouTube blablabla nett geblablabla ich genieße es euch zuzuhören und wollte mal euch was als Dank zukommen lassen und er hat gemerkt in meinen Technik-Videos wenn ich jetzt so unterwegs bin hat er dir gemerkt dass ich so ein Kabelsalat für meine Ladegeräte immer so habe also so ein so ein USB Mehrfachstecker und dann die unterschiedlichen Kabel mit USB-C und und GoPro braucht was und und alle möglichen Sachen und er hat halt einfach gesagt denn das geht doch wirklich besser erstmal das Kabel ist zu lang und mach doch einen USB-Stecker mit den vielen Ausgängen das das habe ich auch schon öfters mal gesehen und auch tatsächlich haben wir sowas auch bei uns auf der Enjoy Your Camera im Angebot solche Sachen aber das Schöne an dem was er geschickt hat ist es ist halt kurz aber ist hier mit so einer wie nennt man das Telefonschnur mit so einer Telefonschnur also also Leute es gab früher mal Telefone die hatten einen Kabel da hatten keinen Hörer und da war eine Schnur dran Spiralkabel nennt man es glaube ich ok das heißt es ist verlängert und was ich hier an dem ganz gut merke es hat vier Anschlüsse tatsächlich und es ist schön dass das hier noch farblich markiert ist die unterschiedlichen Sachen das heißt das finde ich auch gut und man kann alle vier Geräte auf einmal laden und das ist super vielen Dank Dirk dass du das geschickt hast mit einem klitzekleinen Punkt und das werde ich auch benutzen gar keine Frage aber ich brauche zum Beispiel ein Kabel trotzdem noch einzeln Solo denn wenn ich zum Beispiel was sehr sehr selten vorkommt aber wenn ich mein Garmin während der Fahrt nachladen muss der Garmin hat noch ganz normal dieses Micro-USB brauche ich ein einzelnes Kabel was ich aus meiner Tasche in der Rahmentasche oder in der Top-Tube-Bag rausführe ein Kabel was dann in den Garmin geht und dann ist das Ganze auch bei Regen safe wenn dann praktisch ich jetzt das so mache und würde nur das eine Kabel reinstecken das blaue jetzt hier zu dem Garmin würden die anderen ein bisschen gefährlich sein im Regen und das wäre von der Länge nicht lang genug für meine doch ne für meine unsere Tasche auf der Oberrahtasche ja aber zeig mal wenn du jetzt aus der Oberrahtasche Top-Tube wenn du es unten gerade so rauswachsen lässt also dann ist es halt wichtig mit der Kordel würde es gehen aber dann ich würde die anderen ich würde die anderen Kabel halt ganz gerne wasserdicht halten also vielen Dank ich werde es probieren und das ist natürlich auch schon trotzdem ich brauche meinen Garmin fast gar nicht mehr laden also ich habe den jetzt so gut erzogen von der Akkuladung und mit der Einstellung von der Helligkeit dass der ja bei mir tausend Kilometer hält was ist denn der Unterschied zwischen den beiden Lightning-Kabeln eins ist mit Blitz und eins ist mit USB genau und vor allen Dingen hast du zwei das ist ja zum Beispiel super wenn ich verstehe es du kannst das Grüne kannst du wahrscheinlich zur Datenübertragung benutzen nee das Grüne ist nur Strom und das andere kannst du auch zur Datenübertragung nutzen um es irgendwo anzuschließen schätze ich und du kannst natürlich auch zwei anklemmen also wenn du jetzt zum Beispiel sagst bin mit Freund, Freundin Partnerin, Partner unterwegs und du hast halt einfach das Bedürfnis nur ein Ladekabel ich wundere das vierte aber das ja wahrscheinlich geht nicht zwei in eins also wahrscheinlich ist Lightning entweder Datenübertragung oder Strom verstehe ich nicht also das kann ja das würde mich nochmal interessieren ich habe ja die Beschreibung auch und ich habe auch den Artikel gefunden also es ist ein gekauftes genau können wir auch verlinken können wir verlinken Usams und werde ich jetzt am Wochenende verschenken also nicht dieses das behalte ich das ist ja das was du mir jetzt schenkst nein nachdem ich also so als Tauschgeschäft du kriegst du kriegst zwei aber ich ich habe schon ich habe es tatsächlich schon nachbestellt zweimal weil ich es am Wochenende eben auch einmal verschenken will und das ist was kostet das 10 Euro 11 Euro und finde ich also die Frage ist jetzt im Langzeitbetrieb man muss jetzt mal was mich mal interessieren würde ein Bolt anzuschließen ob der lädt weil ich finde der Bolt der ist ein bisschen wählerisch was die USB-C Kabel angeht mache ich einen Bericht von also tatsächlich ist es jetzt nicht ein Artikel den wir verkaufen können wir ja verlinken es gibt viele viele Dinger also auch das iPhone ist ja wählerisch nimmt nicht alles an was man ihm gibt und USB-C finde ich also Mikro-USB geht eigentlich fast immer aber auch da könnte ich dir kurz eine Sache sagen wenn du zum Beispiel den Garmin mit dem Mikro-USB fest mit dem Rechner verbindest dann geht das mal und mal geht das nicht mit unterschiedlichen ja ja die Datenübertragung ja ja das habe ich auch schon gehabt stimmt die Daten aber laden habe ich da nie Probleme aber beim USB-C habe ich ganz oft Probleme dass ein Gerät also auch bei den Powerbanks die eine Powerbank lädt nicht an dem Apple-Ladegerät aber da lädt es und ganz komisch aber pass auf das nehme ich zum Anlass ein Mini-Video zu machen vielen Dank für den Tipp blablabla ich teste das mal mit den unterschiedlichen Geräten die ich im Einsatz habe denn diese Information das ist ja noch ein absoluter Mehrwert funktioniert mit dem und dem Gerät ja warte wenn ich mir das hier im Unterrohr vorstelle das Kabelende müsste reichen nicht mehr ganz ganz sicher musst du mal ausprobieren von meiner Tasche im Rahmendreieck nach oben reicht es nicht auch wenn das direkt vorne rauskommt das Kabel doch muss ich das schon ganz sicher ich kann es ja ich werde ein Video jetzt machen damit wollte ich ich wollte erst mal sagen so einen langen Vorbau fährst du nicht es geht nicht um den Vorbau verstehst du nicht unten im Rahmen ich brauche 90 Zentimeter die Rahmentasche aber der Reißverschluss der Rahmentasche ist doch vorne direkt am Lenker ja aber ich habe das reicht nicht willst du das jetzt mit mir im Podcast diskutieren wie lange das Kabel ich glaube das reicht schön dass Ingo meinen Fahrrad Setup kennt was natürlich also das testen wir gleich nach dem Podcast auf und reichen das nicht nach die Lösung was natürlich wichtig ist wenn du mehrere Geräte anschließt dass du auch einen potenten USB-Anschluss hast also da darf jetzt nicht irgendwie so ein 1 Ampere Ding bringt ja nichts also in dem Moment wo du natürlich vier Sachen auf einmal laden willst da muss auch schon richtig da muss richtig und wenn du da Powerbanks nimmst gibt es ja glaube ich diese ich glaube die Anzmann Dinger die haben so einen IQ-Port der so ein bisschen ja Anker hat da auch richtig Anker meine ich ja Anker nicht Anzmann Anzmann ist aber auch eine gute Firma aber Anker die sind meistens da immer schon sehr sehr potent ja spannend gut jetzt können wir mal den Teebeutel hier rausnehmen ich finde es halt immer wieder nein du wolltest mein Pick doch jetzt noch das ist ja nicht ja ja aber jetzt ist ja der Teebeutel lange genug gezogen damit wir das wenigstens hier einmal und ich hab das dann muss das Tablet hier mal wieder aus dem Weg so also rausnehmen ich drücke tatsächlich obwohl man sich die Hände verbrennen könnte den noch so ein bisschen aus um nicht zu verschwenden und dann kommt er da rein blups ohne ohne Tropfen schön wäre es ja wenn man jetzt auch so trinken könnte ja ja na gut aber das das ist tatsächlich du stellst ihn zur Seite was und das ist auch tatsächlich ein großer Vorteil gegenüber allen anderen Lösungen dass das ja so nah an der Tasse ist dass du nicht daneben tropfst also ich wäre der perfekte Verkäufer für die müssen wir ins Sortiment nehmen aber es ist ja wirklich so zack hier rein fertig und schön wäre der Keks gewesen und ne und ich habe eben nachgeguckt das Zweierset Set 4,95 ist doch völlig okay und das Einer Set mit dem Rudolf ist dann also wenn es das auch nur für 4,95 das kostet halt auch 4,95 und kriegst halt nur einen dafür aber es ist halt Rudolf der Reindeer genau wahrscheinlich müssen sie Lizenzgebühren dafür bezahlen schätze ich mal Quatsch es ist doch ein Elch ich dachte das wäre irgendwas Markengeschützes vielleicht okay wenn der Elch genau so aussieht dann vielleicht aber machst du halt einen Elch mit einem Zacken also ich finde es ein schönes Ding dann kommen wir jetzt zu deinem Pick und ich kann währenddessen den Tee trinken na mein Pick sind diese beiden Trinkflaschen hier die ich hier schon die ganze Zeit stehen habe die habe ich in einem anderen Fahrradladen entdeckt weil manchmal gehe ich ja auch mal fremdfischen einfach nur mal so gucken was haben denn so andere so da und dann habe ich diese Flaschen entdeckt die sind von Spurcycle das ist die Firma die diese Klingeln herstellt ja die habe ich damals bei Kickstarter noch bestellt tatsächlich war ich einer der ersten also vor zehn Jahren oder so waren die bei Kickstarter mittlerweile gibt es ja auch Klingeln die genauso hell und laut sind die viel weniger kosten als Spurcycle aber ja aber die waren die hatten einen entscheidenden Nachteil sorry dass ich dich da jetzt unterbreche kein Problem die wurden im Winter sehr sehr leise ah und zwar das habe ich erst gelernt wie heißen denn die Klingeln die wir im Sortiment aufgenommen haben die ein bisschen größer sind und eine Klingel aus Chrom kannst du bei Kälte besser benutzen die wird nicht leiser und die war aus Aluminium und je kälter es wird desto dann machst du nur Kling 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 und das war genau die Zeit wo ich es benutzen wollte dann wurde die zu leise ich wollte nur sagen die werden von Spurcycle hergestellt und was halte ich hier in der Hand ich habe eine rote Trinkflasche und so eine wie nennt man denn die Farbe ja Senf Senfgrün Senfgelb und witzigerweise es ist ein Wortspiel vom Englischen die rote Flasche sieht halt aus wie eine Ketchupflasche und es steht eben drauf Catch Up und bei der steht halt nicht Must Heart von Must Heart für Senf ja und die fand ich halt einfach so toll dass ich gesagt habe kaufe ich und jetzt bin ich aber überlegen ob wir bei Spurcycle nicht diese Flaschen bestellen sollen und ein Sortiment aufnehmen sollen weil ich die so knuffig finde ja ja Ingredients Attacks Counter-Attacks Breakaways Endorphins Podiums Water Natural Flavorings ist glücklich 22 Z 22 OZ 22 OZ Net Weight und hier bei bei dem Catch Up ist drin Wheelies Stoppies Bunny Hops Tail Whips Yard Sails Water Natural Flavorings aber das sind Specialized Flaschen also Specialized wer das nicht kennt der macht ja unheimlich viele Lizenz Flaschen ja ja genau sieht man dann immer wenn man sie umdreht ja ja ich habe jetzt auch deswegen habe ich sie mir mal geben lassen das ist doch eine Specialized Flasche muss doch ja aber die hat ich habe zum Beispiel auch Gate Trade Flaschen die werden auch von Specialized her jetzt muss ich nur noch sehen dass ich jetzt so einen Fitlock Adapter drum mache damit die an meinen Rad reinpassen aber ich finde das halt unheimlich also ja es ist halt eine witzige Idee eine witzige Idee und auf die Idee musst du ja trotzdem kommen aus Must halt Must halt Faster Ketchup ja und den Ketchup Scherz den kennen vielleicht viele Leute noch von Pulp Fiction Gut wo Papa Tomato zu Kind Tomato sagt Ketchup du kennst den Film nicht ne doch kenne ich aber ich habe es nicht mehr auf dem Schirm gut jetzt müssen wir rauskriegen was es mit deiner Boss Tasse auf sich hat ja ja das verrate ich nicht ist das nicht aus irgendeinem Film es hat was mit Medien zu tun es hat was mit Medien zu tun das einzige was nervt dass ich Rechtstrinker bin und das immer selber lesen ich will ja dass die anderen das lesen dass ich der world's best boss bin trinken Amerikaner ihren Tee mit der linken Hand weiß ich wie Amerikaner ihren Tee das ist ja Quatsch also das ist ob Tee links oder rechte Hand das machst du doch nicht weil der wichtige Aufdruck ist so gedruckt dass die anderen ihn lesen können wenn da muss ich tatsächlich da nochmal nachgucken wie das in diesen Medien war dass auch eine Linkshänder oder eine Rechtshändertasse war weil ich bin also ich als in Deutschland trinkt man doch den Tee aus mit der rechten Hand oder wenn man Rechtshänder ist zumindest also ich habe noch nie gehört dass man nach einer Nationalität bestimmt wie die Tasse gehalten wird also ich bin auf jeden Fall was den Tee angeht Rechtsträger und du bist deutsch und nicht britisch sonst hättest du den Finger abgespreizt ja 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 ach das hat was mit britisch zu tun ich dachte das hat eine andere okay oh Ingo wir müssen diesen Podcast beenden macht's gut bis zum nächsten Mal world's best boss ist hier immer mit an Bord cheers okay zu Tee ich hoffe es hat euch gefallen unsere kleine Folge hier bis zum nächsten Mal macht's gut ciao 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 bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.